Ich habe schon gesehen, was Sie als Programm heute hatten und ich habe auch gerade vorhin schon reingeschnuppert, manche haben das gesehen, da stand ich hinten und ich würde jetzt gerne tatsächlich das machen, wo Sie vorhin so ein bisschen gesagt haben, ja, das ist alles irgendwie vielleicht biologisch noch komplizierter und es gibt Unterschiede zwischen Nachhaltigkeit und betriebswirtschaftlichen Überlegungen, volkswirtschaftlichen Überlegungen, die wahrscheinlich besonders wichtig werden in Zukunft und auch noch kleinen Unterschieden zwischen Klimaschutz und Biodiversität und so. Genauso ist das auch und ich habe das jetzt so ein bisschen zusammengebastelt. Mit extra für Sie, extra vielen Zahlen, weil wir sind ja hier schließlich an der Hochschule für Finanzwirtschaft und Management und das ist ein Aberkurs. Ich frage mich immer, warum der so rum eigentlich dargestellt wird in der Emojipedia. Eigentlich müsste der ja um 90 Grad gedreht sein, aber sei es, wie es sei. Ich will das sehr schlaglichtartig machen und möchte aber Ihnen wirklich darstellen, wie problematisch das Ganze aussieht und dass möglicherweise die Einwirkungen, die Sie so im Laufe des Tages gehört haben, aus einem Grund, den Sie gleich sehen werden, knifflig werden könnten. Fangen wir mal einfach, ich nehme immer so aktuelle Meldungen gerne, nehmen wir mal die hier vom 27. Februar diesen Jahres, also vor, weiß ich nicht, einer Woche. Ikea plündert den Planeten, hört sich natürlich toll an, das wird dann bei Arte gesendet in der ARD und so weiter und dann hat man also einen Bösen, das haben Sie ja vorhin auch schon humorvoll gesagt, irgendjemand muss ja der Böse sein, sind es jetzt die Banken oder sind es die Produzierenden oder ist es die Erdbeerfarm in Spanien. Es sind natürlich die Leute, die es einkaufen. Wenn die es nicht einkaufen würden, so kindisch und kindlich und doof sich das anhört, dann gäbe es das Problem nicht mehr. Wenn die Menschen sich nachhaltig verhalten würden, dann wäre das Problem sofort gelöst. Und wo plündert Ikea den Planeten, das wird dann auch, da in der Reportage wird das gezeigt. Aber wenn Sie sich mal angucken, wo die Wälder sind, das will ich heute so ein bisschen machen, heute Nachmittagabend. Das ist natürlich ein Fünftel der Wälder, naheliegenderweise in Russland, wo gerade der ganze Permafrost auftaut und die ganzen Klimagase aus der Erde kommen. Und da, wo wir dann immer gerne hingucken, die Chinesen und die Brasilianer und so, und innen, die haben natürlich auch Wälder, aber die machen halt das, was bei uns, was wir in Deutschland auch gemacht haben, einfach alles abholzen. In Deutschland gibt es ja überhaupt keine Wälder mehr. Ich glaube, es gibt noch, also wenn Sie sich mal eine Deutschlandkarte angucken, wo Sie naturgeschützte Wälder drauf eingezeichnet haben, die können Sie fast überhaupt nicht sehen, das müssen Sie sich vergrößern, das Bild. Der Rest sind alles diese Wälder, wo Klopapier und Zeitungen und so was daraus hergestellt werden. Also deswegen ist das auch hier wieder schön leicht zu sagen, die bösen Brasilianerinnen und Brasilianer, aber es ist ein bisschen schwierig, wenn man selber das schon so gemacht hat, dass man eben nur Erträge erwirtschaften möchte und auch weiter gerne das machen würde. Man sieht zum Beispiel im Harz, da haben die dann ein großes Gebiet unter Naturschutz gestellt, wo dann im Laufe der nächsten 120 Jahre ein Urwald entstehen soll. Aber Sie können sich vorstellen, aus Ihrer Sicht, ja okay, wo sollen wir da Erträge erwirtschaften, wenn einfach das, wenn da gar nichts mehr passiert aus Ihrer Sicht jetzt. Aus biologischer Sicht passiert da natürlich sehr viel. Also das ist ein reines Verbraucherproblem und Verbraucherinnenproblem. Da braucht man keine Bösen, sondern da müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher sich einfach mal so verhalten, wie Sie es in Ihren Ethik-Pamphleten immer aufschreiben und dann nichts davon umsetzen. Das Zweite ist, und das ist genau dasselbe, hier sehen Sie das, das ist auch eine Studie von der University of Michigan, da sehen Sie zum Beispiel, das wäre einfach, das könnte jeder und jede von Ihnen sofort heute Abend machen, ab heute für den Rest des Lebens. Wenn Sie also Fleisch nehmen, hier braun, bräunlich dargestellt, versus Grün, ein auf Pflanzen basierendes Produkt, dann haben Sie sofort, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, nicht nur schrumpft die Menge an Treibhausgasen auf ein Zehntel, also um 90 Prozent, sondern der Landverbrauch, das ist im Moment das Wichtigste, weil hier soll es ja auch um Biodiversität gehen, sinkt extrem, sodass auf diesem Land dann eben auch nichts passieren kann. Das heißt, Sie erwirtschaften genauso viel Geld, aber Sie verbrauchen dafür das Land nicht. Und unsere Erde stirbt gerade deswegen, weil wir das Land verbrauchen. Also das heißt, Sie könnten jetzt hingehen und Wasserverbrauch ist übrigens auch sehr wichtig, Sie haben das miterlebt, bevor es jetzt so viel geregnet hat in Deutschland, wir leben ja immer noch in der Dürrezeit, die ist jetzt zwar beendet für Deutschland, aber insgesamt ist es nicht besser geworden und da sehen Sie auch, der Wasserverbrauch schrumpft auch total krass, das betrifft auch die Erdbeerfarm in Spanien, dann können Sie als Verbraucher und Verbraucherin sagen, ja gut, dann esse ich im Winter jetzt keine Erdbeeren aus Spanien oder so. Das haben Sie komplett in der Hand, zu 100 Prozent. Niemand zwingt Sie sich so zu verhalten, wie Sie sich verhalten und dann brauchen wir auch keine Bösen mehr, dann haben wir das jetzt auch schon mal vom Tisch. Also das heißt, ich kenne die ganzen Ausreden jetzt, ja, aber mein Nachbar, ja, aber mir schmeckt es, aber so lecker. Das ist aber alles nur Gewäsch, das ist nur Wortgeklingel und Lüge. Sie haben es in der Hand, Sie können es tun, das ist so. So, jetzt sagen Sie sich ja, okay, und jetzt, also war es das jetzt im Vortrag? Nö, jetzt möchte ich Ihnen ein paar Zahlen liefern, damit Sie sehen, worauf das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, beruht. Also gucken wir uns mal, wie gesagt, und will das eben in diesen etwas größeren Zusammenhang setzen, wonach Sie vorhin andeutungsweise so ein bisschen gefragt haben. Also zunächst mal haben wir das große Problem, wie Sie auch schon vorhin gehört haben, die Temperaturen schießen hoch. Das ist jetzt vom 24. Januar 2024 eine Meldung. Ich zeige Ihnen mal die Quellen dazu, damit Sie sehen können, das sind alles völlig frei verfügbare Quellen, die Sie ohne irgendwelche Hindernisse selber nachprüfen oder nachforschen können in den nächsten Jahren, wenn Sie möchten. Ich nehme halt immer die aktuellsten Meldungen. Also das ist jetzt 24. Januar diesen Jahres, also jetzt nicht lange her. Und ich weiß gar nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, Temperaturen schießen bis zu 25 Grad hoch. Also wenn Sie über 35 sind, dann werden Sie sich daran erinnern, das ist sehr ungewöhnlich, also ungewöhnlich mild. Für Januar ist schon sehr, sehr freundlich ausgedrückt. Und die Jüngeren sagen sich, ach so, nö, weiß ich nicht, weiße Weihnachten und so, das ist ja hier in der Region im Rheinland vielleicht doch nicht so üblich. Aber das ist nicht nur ungewöhnlich, sondern das ist absolut katastrophal. Das ist unvorstellbar, das wäre das richtige Wort dafür. Und die Bild-Zeitung versucht es dann, weil sie halt nicht so Panik schüren möchte, schreibt dann zum Beispiel am 3.3., also jetzt vor ein paar Tagen, 18 Grad holt den Grill aus dem Keller. Was für ein wunderschönes Wochenende. Aber auch, wenn man in den Boulevardmedien guckt, wie hier jetzt eben auch in der Bild, da steht schon dabei, was das bedeutet. Das werden wir auch noch sehen. Nämlich, dass wir in der größten Katastrophe sind, die es seit des Menschen auf der Erde gibt, gemessen, ohne Meinungsäußerung, Sie werden hier keine Meinungsäußerung von mir hören, sondern nur Messungen, uns mittendrin befinden. Und klar, ich meine, man kann jetzt natürlich nicht jeden Tag nur die Horrormeldungen da verbreiten, dann kann man eben auch noch was grillen. Aber Sie wissen schon, bitte pflanzlich, weil dann würden Sie wenigstens was dazu beitragen, dass das bestehende Problem durch Ihre Handlungen vermindert wird und nicht nur durch Reden, was überhaupt nichts bewirkt. Das Ganze betrifft aber jetzt nicht nur, sagen wir mal, irgendwie eine Region, also Deutschland oder irgendwas, sondern das betrifft leider, wenn Sie die Erde als System sehen, also stellen Sie sich das vor, ich habe von Finanzen keine Ahnung, aber stellen Sie sich vor, die ganze Erde wäre so ein weltumspannendes Austauschsystem für Güter, Waren, Geld, Krypto, Aktien, das können Sie alles zusammenschmeißen. Und genauso ist die biologische Welt aufgebaut. Das ist alles miteinander verflochten. Es gibt, Sie können nicht, sagen wir mal, in irgendeinem Land alleine für sich zum Beispiel eine Währung erzeugen, können Sie machen, aber das bringt nicht viel, besonders wenn es ein kleines Land ist. Und je größer das wird, umso mehr müssen Sie vernetzt sein und so ist das hier auch. Und wenn wir dann natürlich hier lesen, das war im Oktober letzten Jahres, das Mittelmeer ist warm wie die Karibik, dann sagen die meisten Menschen schon seit den 1990er Jahren, ist doch prima, ich mag warmes Wasser, aber Sie ahnen natürlich schon, dass die Lebewesen, die da eigentlich leben, die finden das vielleicht nicht so gut, weil die dann durch diese super vielen Vernetzungen, die wir biologisch haben, da leben ja Tausende und Abertausende von verschiedenen Lebewesenarten drin, dass die dann nicht mehr leben können. Kann Ihnen jetzt zunächst mal auch egal sein, dann sagen Sie, umso besser, dann habe ich sauberes Wasser ohne Lebewesen, nur mit Menschen drin. Aber da ahnen Sie schon, irgendwas stimmt da nicht. Das ist möglicherweise doch nicht so gut. Das Ganze setzt sich wirklich immer, also diesen Februar besonders und März, also jetzt ist ja gerade Anfang März 2024, setzt sich das mit einer derart krassen Wucht fort, wie wir das zwar schon seit ungefähr 1970 wissen, also 1970 ist der erste Bericht darüber erschienen, über diese Erderwärmung, aber die Älteren von Ihnen erinnern sich da vielleicht noch dran, aber dann hat man so ein bisschen demonstriert und wie gesagt, so ein bisschen Ethik, Zeugs aufs Papier geschrieben oder ins Netz gestellt und dann ist es einfach wieder vergessen. Und leider ist es jetzt so, dass das mit einer dermaßen Geschwindigkeit auf uns einhagelt, dieses Jahr, also ganz, ganz aktuell, jetzt während ich hier stehe, dass wir so langsam echt die Schweißperlen nicht von der Hitze, sondern von der inneren Hitze auf der Stirn haben, weil wenn natürlich der Februarwinter total ausfällt, gut, wir haben noch eine Schwankungsbewegung auf der Erde, die heißt diese El Nino, aber dann, selbst wenn man das wegrechnet, dann ist das immer noch absolut krass. Wie krass ist das denn jetzt? Schauen wir mal beim Deutschen Wetterdienst, der sagt jetzt vor ein paar Tagen, also hier am 3. März oder vor zwei Tagen, sagt er, sehr milde Höchstwerte zwischen 12 und 19 Grad, lädt zum Sonntagsspaziergang oder zur Radpartie ein. Also Sie merken schon, man lebt ja in der Jetzt-Zeit, was nützt das, wenn Sie jetzt sagen, ja mein Gott, das ist ja total unvorstellbar hart, da haben Sie ja nichts von, Sie wollen ja diesen Tag genießen, aber jetzt gucken wir uns mal die Daten an, die Sie als Big Data kennen, wenn Sie halt im Finanzumfeld arbeiten, dann arbeiten Sie ja auch nicht nur mit der Sparkasse Recklinghausen, sondern dann wollen Sie ja mit größeren Zusammenhängen denken. Und dann schauen wir uns das mal an, seit 1958, was jetzt noch nicht mal besonders lange her ist, bis jetzt, 2023, sehen Sie, ohne dass Sie da jetzt irgendwie Excel-Sheets auswerten müssen oder irgendwelche Statistik für bemühen müssen, sehen Sie schon mit bloßem Auge, was passiert. Die roten Werte sind die Abweichungen von der Null-Grad-Linie sozusagen, also die durchschnittliche Lufttemperatur in den Wintermonaten. Und Sie sehen, das geht hier einfach steil hoch. Jetzt wissen Sie alle, mit Excel und jedem anderen Programm können Sie jede beliebige Kurve erzeugen, aber Sie merken schon, das ist kein Trick, sondern Sie sehen, die Anzahl der Messwerte und die Höhe der Balken ist doch wirklich ganz eindeutig. Und das ist noch nicht alles, weil Sie wissen ja, dass diese Temperaturen natürlich unter anderem von dem Kohlenstoffdioxid in die Luft kommen und so noch ein paar anderen Gasen, über die man leider gar nicht so viel redet, also nicht nur das Methan, von dem Sie vielleicht schon gehört haben, Gesundheit, sondern auch einige andere. Also da gibt es zum Beispiel noch so eine Stickstoffoxid-Verbindung, die auch sehr problematisch ist, die im Moment jetzt, während wir hier stehen, mehr Schaden an der Ozonschicht erzeugt, als alle Fluorchlor-Kohlenwasserstoffe zusammen. Das werden die meisten von Ihnen vielleicht noch gar nicht mitgehört haben, weil Sie halt für was anderes Expertinnen und Experten sind. Und dann gucken wir uns mal einfach die CO2-Werte an und das, was Sie gerade im letzten Vortrag gehört haben, was wir Talkfests nennen, also die Geschwätzrunden. Und das können Sie hier jetzt sehen, das ist die Menge des Kohlenstoffdioxids in der Luft. Die Zahlen spielen jetzt keine Rolle, das ist einfach nur wie eine Waage oder so was, oder wie ein Thermometer. Also unten ist weniger, oben ist mehr. Muss man jetzt hier in Ihren Kreisen wahrscheinlich nicht erklären, aber ist einfach eine Achse, die von unten wenig bis oben viel geht. Und hier sehen Sie wieder einfach die Jahre, auch hier wieder ungefähr 1958 bis 2023, 2024. Jetzt machen wir mal den Reality-Check. Das Kohlenstoffdioxid steigt immer weiter, natürlich in diesen jahreszeitlichen Schwankungen, aber über diese Kurve müssen wir jetzt nicht reden. Wer das verleugnet, kein Problem, der kann gerne eine Limo mit mir trinken, aber dann reden wir einfach nicht mehr über das Thema. Also Verleugnung interessiert mich nicht. Also ich rede entweder über Zahlen oder nicht über Zahlen. Und dann sehen Sie eben diese Konferenzen, das war das dritte Kyoto-Protokoll in den 90er Jahren, die Jüngeren werden das jetzt nicht mehr mitbekommen haben, aber hier das, was die Jüngeren jetzt hier auch kennen im Raum. Kopenhagen kennt jeder, Paris-Agreement ist gerissen, das 1,5-Grad-Ziel ist Geschichte, gibt es nicht mehr. Wenn Sie in Zukunft hören, 1,5-Grad-Ziel, können Sie einfach schmunzeln und wie gesagt die Limo auspacken. Es ist bereits vorbei, das 1,5-Grad-Ziel ist nicht mehr zu erreichen. Gemessen, keine Meinungsäußerung. Sag ruhig. Sag ruhig. Also ich freue mich über Anmerkungen, Sie können gerne dazwischenrufen, also Sie brauchen nicht flüstern. Nein? Wirklich nicht? Also du kannst wirklich gerne was sagen. Also wer was sagen möchte, einfach laut dazwischenrufen. Das ist das Paris-Agreement, also wie gesagt, diese Vereinbarung ist eh gerissen. Und dann haben wir, was jetzt einige vielleicht noch tatsächliche Erinnerungen haben, hier Dubai, das war natürlich das allerbizarreste Meeting und Glasgow. Und es ist halt so, dass die Wirkung, ich will jetzt nicht sagen Null ist, das kann man jetzt, ich weiß ja nicht, wie es ohne diese internationalen Vereinbarungen wäre, aber es hat keine biologische Wirksamkeit entfaltet. Also es wird immer wärmer, das habe ich jetzt gerade so schlaglichtartig gezeigt, und die Vereinbarungen, die internationalen, wirken nicht. Und der Grund dafür, den haben Sie in dem Vortrag vorhin gehört, Sie können kein Geld damit verdienen. Der US-amerikanische Präsident Biden, oder Biden, der hat ja versprochen, bevor er gewählt wurde, er wird das umsetzen, die ganzen Klimatechnologien in den Arbeitsmarkt, und das hat er auch gemacht. Also er hat gesagt, wir schaffen Jobs, und das habe ich mir gemerkt, bevor er gewählt wurde, und das hat er tatsächlich gemacht. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind tatsächlich einer der Hauptlieferanten von, nennen wir es mal so, Klimatechnologien, ganz, ganz verblüffend. Das wird sich natürlich bei der nächsten Wahl dann ändern, wenn der Trump wieder Präsident wird, möglicherweise. Aber man kann das schon in Umsätze und Gewinne und Betriebs- und volkswirtschaftliche Dinge, kann man das schon übersetzen, nur da muss der politische Wille da sein, und der ist halt wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht da, da kommen wir gleich noch zu, sondern da wird halt nur Wort geklingelt, bis die Leute beruhigt sind und dann wieder über das Grillen nachdenken. Wenn man mal sich so einige Seiten anschaut, die sich nur ganz sachlich damit befassen, und die sich auch oft über Klimaleugner aufregen, ich zeige das immer nur, damit Sie sehen, wo die Quellen sind, dann landet man zum Beispiel beim Kachelmann, den die Älteren von Ihnen kennen, und der hat ganz, ganz, ganz viele Stationen, also der betreibt ein riesiges Netz an Messstationen, die eben Wetter und, wenn Sie wollen, auch Klima aufzeichnen, weil aus den Wetterdaten können Sie natürlich, wenn Sie genügend Daten haben, auch das Klima ableiten. Und da sehen Sie eben hier, dass das genau dasselbe wieder passiert, das sind jetzt nur die Januarwerte bis Ende Februar diesen Jahres, also ganz, ganz aktuell. Und da sehen Sie auch schon wieder was passiert, genau das, was Sie schon kennen. Wir bewegen uns ständig über der, sagen wir mal, sonst zu erwartenden Linie, da komme ich aber gleich noch zu. Ich will Ihnen nur mal sagen, wie das der Kachelmann dazu sagt, und Sie wissen, der ist normalerweise sehr, sehr, sehr frech, der sagt, das ist schon sehr besorgniserregend. Also wenn der Kachelmann anfängt, ruhig und freundlich zu reden, dann wissen Sie, dass wirklich was nicht stimmt. Also der ist super flapsig und macht den ganzen Tag Faxen von morgens bis abends. Wenn der anfängt, sachlich zu reden, dann wissen Sie, okay. Und das will ich Ihnen mal zeigen, warum. Die Meldung, die reingehackt ist, vor ein paar Tagen, ist diese hier. Und zwar, ich halte diese Vorträge so alle paar Monate. Und ich hatte letzten Sommer einen Vortrag dazu gehalten, dass, wenn Sie sich mal dieses Diagramm angucken, das ist die tägliche Durchschnittstemperatur, oben ist jetzt mehr, in dem Fall 17 Grad Celsius, unten sind 11,5 Grad Celsius, und hier ist immer der Jahresverlauf, also für jedes Jahr. Also das ist dann seit 1961 und dann immer Januar bis Januar 1961, 62, 63, 64. Und dann sind die Werte hier zusammengefasst und natürlich ist es im Sommer, Juli und August, ist es heißer, als jetzt meinetwegen im Januar und Februar. Ist ja klar. Deswegen gibt das so eine gaussartige Kurve. Und dann letzten Sommer haben wir hier eine Anomalie gesehen. Da, daran erinnere ich mich noch ganz genau, und da haben wir weltweit, alle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in der Biologie arbeiten, weil das eben schlecht für unsere Lebewesen ist und damit auch für unsere Nahrungsmittelerzeugung, wie Sie vorhin schon im Vortrag gehört haben, keine biologische Vielfalt, nichts mehr zu essen, weil dann die Schicht, aus der wir alle leben, egal wie viel Kohle Sie haben, das ist so eine Schicht Erdboden, wenn die kaputt geht biologisch, dann haben wir nichts mehr zu essen. Wörtlich so gemeint. Keine Panikmache, keine Anführungsstriche, wörtlich so gemeint. Dann haben wir gesagt, okay, wow, das kann doch jetzt nicht sein, was hier passiert. Und genau das ist passiert. Auf einmal lagen wir so weit, das können Sie in der gelben Linie von 2023 sehen, über der Abweichung zwischen 1961 und 1990, dass die Kollegen zunächst mal gesagt haben, das muss ein Messfehler sein. Das kann überhaupt nicht sein. Das ist nicht möglich. Und gucken Sie mal, was jetzt passiert ist. Jetzt liegen wir, ich habe Ihnen das vorhin schon, wie gesagt, schlaglichtartig gezeigt, im Februar, liegen wir weit darüber. Das heißt, ich kann Ihnen aus der Erfahrung der letzten Jahre mit fast völliger Sicherheit, so gut das natürlich geht, da gibt es immer noch andere Einwirkungen auf der Welt, kann ich Ihnen sagen, dass wir den Höllensommer des Jahrhunderts und Jahrtausends kriegen werden. Das ist, ich hoffe nicht, aber meine Frau und ich, wir haben das leider schon erlebt, wie bei Temperaturen von über 40 Grad in London, wo kein einziger Baum und kein Strauch steht, wie man nicht mehr vor die Tür gehen konnte, literally. Jetzt haben wir Streik und ich wäre schon fast nicht von Köln nach Bonn gekommen. Ich musste dann über Siegburg-Bonn mit dem Intercity Express fahren und da war zum Glück ein Taxifahrer, der mich hierhin gebracht hat. Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich Autos, dann sagen Sie, ja warum fährt der Idiot denn nicht mit dem Auto? Weil ich das nicht möchte, weil das Autofahren genau dazu beiträgt. Und dann kann man eben labern und sagen, oh, ich sollte ein bisschen weniger mit dem Auto fahren und ein bisschen mehr Rad fahren und man kann es tun. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist Reden, das andere ist Handeln. Und wenn Sie das hier sehen, gucken Sie sich das nochmal in Ruhe kurz an, weil Sie wahrscheinlich denken, so, ach wie süß, der Wollsockige Benecke ist ja niedlich, ne? Aber gucken Sie sich das bitte mal an. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden so eine so eine ultrakrasse Abweichung in irgendetwas, womit Sie befasst sind, beruflich sehen. Was würden Sie denn dann sagen? Oder stellen Sie sich vor, Ihre Kinder, Sie wachen auf und Ihre Kinder sind auf einmal zehn Zentimeter größer. Ich weiß, dass das jetzt lustig sich anhört für Sie, aber denken Sie heute Nacht oder in den nächsten zwei Jahren nochmal darüber nach. Das ist etwas, was wir nicht mehr managen können. Die ganzen Leute, die sagen, da müssen wir uns dann halt anpassen, ich möchte mal sehen, wie das gehen soll. Wir haben das gesehen in Amsterdam, in London, in Köln, in Berlin, in München, in, wo waren wir noch überall? Ich kann es gar nicht alles aufzählen. Es ist absolut ausgeschlossen, das mit dem nicht vorhandenen Willen zu managen. Man müsste zum Beispiel nur an allen Wänden Efeu hochwachsen lassen, was überhaupt kein Problem ist. Das wächst von selbst, das kostet fast überhaupt nichts und wenn Ihnen Ihre Fassaden so wichtig sind, dann spannen Sie davor einfach ein Metallnetz, das kostet auch fast nichts. Wer macht das? Niemand. Das ist genau der Grund, warum das, was Sie im vorigen Vortrag gehört haben, diese Umsetzung ins Politische, nur immer eine Verwässerung darstellt. Das haben Sie gerade bei den Talkfests gesehen. Das heißt, es wird beschlossen, es geht auch in die Politik, so ist es nicht. Ups. Es geht auch in die Politik rein, so ist es nicht. Nur es wird am Ende nicht umgesetzt. Die kleine Anmerkung, die Sie vorhin von meinem Vorredner gehört haben, ist auch korrekt, dass dann zum Beispiel bestimmte Berufsgruppen sich dagegen sperren. Das sind aber Wähler und Wählerinnen. Bums wird es eingeschmolzen. Das Schlimmste, was wir erlebt haben in den letzten Monaten, war eben die gerade eben nicht stattfindende Einschränkung der vorhin erwähnten Pestizide und sonstigen Ackergifte. Das ist zwar alles beschlossen, aber es wird nicht gemacht. Es wird wieder zurückbeschlossen. Es wird alles wieder zurückabgewickelt. Alles. Alles im Sinne von alles. Die kleinen Verbesserungen, die wir sehen, zum Beispiel irgendwelche Blühstreifen oder so, selbst die werden gerade wieder eingeschmolzen, weil eben eine bestimmte Berufsgruppe so einen Terror jetzt macht, dass etwas, was völlig harmlos ist und hier in Bonn, wo sie sehr viele so Obstgärten und sowas haben, also auch wenn, industriell kann man die nicht nennen, also regionale, in großer Menge Früchte herstellende Gärten haben, selbst die haben festgestellt, dass sie durch die Blühstreifen viel mehr Ertrag haben. Das heißt, sie hätten sofort mehr Gewinn, aber weil die Menschen, die aus dem großindustriellen Bereich kommen, sagen, wir wollen die aber nicht, deswegen tritt man zurück und hat dann gesagt, na gut, dann machen wir jetzt keinerlei Einschränkungen der Ackergifte. Ist schon passiert. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, ob das passieren könnte oder nicht oder wie der Wille da ist. Ist alles schon zurückabgewickelt worden. Dann sagen sie jetzt, ja okay, ich will mich aber trotzdem anpassen. Ich passe mich trotzdem an. Ich bin jung, ich bin fit. Wenn dann andere Leute sterben, ist das zwar sehr, sehr, sehr schade, aber ich habe ein schönes Eigenheim, das habe ich mir finanziert und das kriege ich auch hin, das mache ich jetzt einfach. Okay, gucken wir auf die Seite der Vereinten Nationen. Wenn Sie hier mal sehen, das ist einfach wirklich eine sehr hochwertige Quelle. Das wird ja auch politisch abgestimmt, was da veröffentlicht wird. Also da ist jetzt, kann man auch nicht mehr sagen, ja die Uni Bonn, da sitzt halt ein so ein Mensch oder so, sondern das sind alle verfügbaren Daten, die nicht nur aus diesen regelmäßig stammenden Klimakonferenzen stammen, sondern aus allem anderen. Und da sehen Sie, was passiert ist. Das 1,5 Grad Ziel ist gerissen. Sie haben das letztes Jahr erlebt und vorletztes Jahr, deswegen fackelt die Erde ab oder säuft ab, beziehungsweise beides gleichzeitig. Ist auch kein Wunder, weil wenn Sie 1,5 Grad über dem bisherigen Durchschnitt haben, dann haben Sie eben eine 41-prozentige Mängel von Wildfires im Mediterranean Summer. So jetzt nochmal, stellen Sie sich mal vor, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Aktien, ich besitze keine Aktien, aber ich stelle mir das so vor, was wäre denn, wenn Sie von einem Tag auf den anderen in irgendeinem Mix von Aktien auf einmal eine 41-prozentige Änderung feststellen würden, würden Sie dann auch sagen, ja, da muss man sich halt anpassen und aber weiß, dass das immer so weitergehen wird. Also Sie haben den Trend ja gerade gesehen. Sie haben ja gerade gesehen, wie das weitergeht. Also das ist eine sinnleere Aussage. Das ist eine verzweifelte, sinnleere Aussage, sich daran anpassen zu wollen. Wie soll das gehen? Und wenn wir mal weiter gucken, weil wir sind nämlich leider noch nicht mal im 2-Grad-Szenario drin, kleiner Weckruf dazu, da haben Sie bereits eine 62-prozentige Zunahme der Brände, die Sie alle gesehen haben in den letzten zwei Jahren. Es ist schon passiert. Ich stehe hier nicht wie jemand, der Ihnen erzählt, was demnächst passiert und dann lachen Sie und dann sagen Sie, ja, okay, dann müssen wir das halt ändern. Ist schon passiert. Und dann, wenn Sie beim 3-Grad-Ziel ankommen, was im Moment noch das ist, worauf wir hoffen. Also, damit meine ich nicht mich, sondern ich meine die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft und zwar auch die Spezialisten, Spezialistinnen, die sich nicht nur aus dem biologischen Teil damit auskennen, sondern auch aus dem physikalischen Teil und so weiter. Da sind wir weit realistischer im 3-Grad-Ziel und dann haben wir eine 97-prozentige ist gleich hundertfache Vervielfältigung der Waldbrände. Erinnern Sie sich noch an die letzten zwei Jahre an die Waldbrände? Und das ist natürlich etwas, womit Sie eventuell noch Umsätze, Gewinne und so weiter erzielen könnten mit dem Holz, ist ja klar. Natürlich nicht vom bösen Ikea, sondern das Kaufmann woanders. Okay. Aber wenn das natürlich alles abfackelt, innerhalb, während Sie zugucken, dann verbrennt natürlich auch Ihr Umsatz und Ihr Gewinn und Ihre Möglichkeit, das nachhaltig zu bewirtschaften. Also deswegen, wenn Sie wollen, merken Sie sich das auch mal, nur wenn Sie Lust haben natürlich, das beruht auf Messungen. Das sind keine Meinungen, das sind auch keine Hochrechnungen, wie Sie die so im klassischen Sinne aus einer kleinen Stichprobe kennen, sondern das beruht aus, kein Witz, Milliarden von Messdaten. Das beruht nur ausschließlich auf Messungen und auf sonst gar nichts. Und es gibt dazu auch natürlich jetzt kleinteiligere Informationen, weil Sie, wie Sie im vorigen Vortrag ja schon richtig gesagt haben, okay, wir müssen auch gucken, was hier örtlich und regional passiert, schauen wir uns das doch mal an. Ganz neue Veröffentlichung, gerade eben rausgekommen, da steht 2023, weil das der Abschlussbericht von letztem Jahr ist, da hat unter der Federführung vom Kollegen Hoffmann, haben die mal geguckt, wie ist in den letzten 30 Jahren, wie hat es sich da jetzt also örtlich verändert. Das ist also so eine öffentlich geförderte Maßnahme, sehen Sie schon, das gefällt Ihnen bestimmt, Förderkennzeichen und so weiter. Alles ganz ordentlich. Und dann haben die einfach mal geschaut, wie hat es sich de facto alles verändert und da sehen Sie das, hier ist 1990 bis 2020 in dem Fall. Dann haben Sie immer die Niederschlagsmenge, wenig Niederschlag, viel Niederschlag, niedrige Temperatur, also nennen wir es mal Abweichung, das ist von 7 bis 11 Grad und hier haben Sie die klimatische Wasserbilanz, also zu wenig Wasser, zu viel Wasser. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, das mit der Dürre, das geht nämlich sehr wohl weiter zurück. Ich denke, Sie können die Diagramme ganz gut lesen, also das sind halt die Jahre im Laufe der Zeit, das heißt im Laufe der Zeit ist immer weniger Wasser verfügbar. Ja, stimmt, in den letzten Wochen hat es super geregnet, die Grundwasserspeicher sind aufgefüllt, aber mittelfristig nützt uns das nichts. Dann der Niederschlag nimmt in Wirklichkeit immer stärker ab. Da sagen Sie, wieso es regnet und doch wie verrückt zwischendurch. Genau, das ist das Problem. Sie haben die ganze Wärmeenergie in der Luft, dadurch regnet es wie verrückt, wir kriegen tropische Verhältnisse beziehungsweise Mittelmeerverhältnisse. Das wissen Sie auch, wenn Sie einen Garten haben. Das haben Sie mit eigenen Augen schon gesehen in den letzten vier Jahren. Zuerst ist die blaue Holzbiene aus dem Mittelmeer eingewandert, dann kam die Nosferatu-Spinne und letztes Jahr kamen die Gottesanbeterinnen. Die Jüngeren sagen jetzt, höh, leben die nicht in Deutschland? Nein, die haben nicht in Deutschland gelebt. Und was die gemacht haben ist, die sind innerhalb von vier oder sagen wir mal fünf Jahren, sind die vom Mittelmeerraum, kein Witz, gemessen, mit zehntausenden von Messungen, wirklich jetzt, sind die bis nach Norddeutschland an die Küste durchgewandert. So etwas gab es in der Geschichte der biologischen Messungen noch nie. Noch nie. Überhaupt noch nie. Fünf Jahre sind in der Biologie nichts. Das ist für Sie wahrscheinlich ein langer Zeitraum, zum Beispiel wegen irgendwelchen Schwankungen im Finanzmarkt oder ähnliches. Aber in der Biologie, da reden wir vielleicht mal von 10.000, 20.000 Jahren, wo solche Änderungen stattfinden. Aber bestimmt nicht in vier oder fünf Jahren. Das ist genau das Bild, was sich immer wieder zeigt. Und dann passiert natürlich jetzt, wenn wir mal von so Kreisläufen, auch Wirtschaftskreisläufen reden, passiert natürlich das, das ist klar. Dann kommt die große Petition, die ist jetzt gerade im Netz ganz groß, stoppen Sie die Zerstörung der rumänischen Wälder. Und da sehen Sie das, hier sind diese Straßen, die Sie auch aus Brasilien und so weiter kennen, nur dass sie da gerade sind, in Brasilien. Da fahren also die Fahrzeuge hin und her und dann nach und nach und nach werden die ganzen Urwälder abgeholzt. So was nützt die Petition. Das ist völlig sinnlos. Das ist Zeitverschwendung. Ich meine, an wen soll sich das richten? Die sind jetzt, das ist jetzt vor zwei Tagen gewesen, 105.000. Ich meine, die können mit ein bisschen Unterstützung von Umweltverbänden und allem anderen kommen da vielleicht von mir aus auch 500.000 Stimmen. Ja und dann? Dann können Sie, drücken Sie auf Delete. Ich weiß das, weil ich im Europaparlament öfter mal bin. Dann drücken Sie auf Delete und dann ist die Petition weg. Kein Politiker auf dem Planeten Erde hat jemals sich so eine Petition ernsthaft angeguckt. Das weiß ich aus eigener Anschauung, weil ich da gesessen habe, während die auf Delete gedrückt haben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen und ich habe es von allen gehört. Die sagen, ach komm ey, das ist die zehnte Petition heute. Kann ich auch verstehen. Aber das heißt, die Umsetzung findet nicht statt. Das, was Sie gerade gezeigt haben, also strukturell, findet das alles statt. Das dient aber nur dazu, um es langsam rückabzuwickeln und damit die Leute halt ruhig sind und sagen, okay, alles klar. So. Jetzt, wenn es um Artenvielfalt geht, ahnen Sie vielleicht, in Wäldern und im Boden und so weiter, da leben halt Tiere und das ist jetzt genau wie Meer, was ich vorhin gesagt habe. Wenn das Meer immer heißer wird, auch in der Tiefe, dann sind halt die Tiere alle tot. So, jetzt können Sie wieder sagen, ach komm, weiß ich nicht, das ist mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht so wichtig. Gucken wir mal, wie schnell das geht. Wenn wir mal angucken, welche Vögel letztes Jahr ausgestorben sind, da werden Sie sagen, ja, habe ich noch nie gesehen, ist auch Hawaii, weiß ich nicht, Guam, Florida und so, weiß ich nicht. Aber leider ist es so, dass das natürlich nur so Tiere sind, die gut beobachtet sind. Vögel kennt jeder. Sie alle können eine Amsel von einem Spatz unterscheiden und vielleicht sogar, weiß ich nicht, von ein paar anderen Vögeln. Aber das ist natürlich eine weltweite Sache und Sie ahnen schon, welche, wie die Kurve aussieht. Schauen wir uns mal an. Annual Review of Environment and Resources. Das Foto habe ich gemacht, das ist jetzt nicht aus dem Artikel. Das ist eine, ich mag die Nebelkrähen in Berlin so. Das ist eine Veröffentlichung 2022. Nur damit, wie gesagt, ich zeige Ihnen das immer, damit Sie nicht denken, ich würde hier meine Meinung kundtun. Meine Meinung spielt hier überhaupt keine Rolle. Meine Meinung ist ohne jede Bedeutung. Es geht nur um die Messwerte und aus biologischer Sicht. Die anderen Messwerte kennen Sie selber. Und dann sehen Sie, da tun sich dann große Forschungsteams mittlerweile zusammen aus allen möglichen Regionen, in dem Fall hier United Kingdom und South Africa und United States und so weiter. Und dann sieht man etwas Ungünstiges, etwas sehr Ungünstiges. Und zwar, die Anzahl der Waldarten, das sind jetzt die Vögel, von 1980 bis 2020. Und dann sehen Sie hier, die Häufigkeit der Tiere ist egal. Stellen Sie sich einfach vor, das ist die Häufigkeit. Ist jetzt egal, also hier ist wenig, hier ist viel von den Tieren. Und dann nimmt das im Wald, nimmt das gar nicht so stark ab. Aber es gibt keine Wälder mehr. Das heißt, es ist natürlich schön, dass da die Anzahl der Tiere nicht so stark abnimmt. Nur wenn die Wälder nicht mehr da sind, dann ist das natürlich, also nicht jetzt Bullshit wissenschaftlich gesehen, aber sozial, kulturell, finanziell gesehen, ist es natürlich Bullshit. Also ja, das ist ja schön. Aber was das größere Problem ist, wir sind bald 11 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Keine Macht der Welt wird das verhindern, außer es gibt nochmal die Megaseuche, die jetzt wirklich alle dahin rafft. Gut, wollen wir es nicht hoffen? Also dann sind wir 11 Milliarden Menschen. Und was machen wir? Wie ich schon vorhin sagte, wir ernähren uns alle von so einer Schicht Ackerkrume. Ob Sie wollen oder nicht. Also auch wenn Sie nur Pflanzen essen, ist das selbe. Und dann, da sehen Sie, wo der Hauptrückgang der Arten ist, der ist im Farmland. Und warum? Ja, weil halt eben alles zurück abgewickelt wird und unter anderem die Ackergifte eben doch weiter erlaubt bleiben. Wenn Sie aber überall Ackergifte drauf kippen, dann ist halt alles tot. Dann sterben die ganzen Tiere, dann sind die Pflanzen auch tot und dann sind die Arten tot. Und das wiederum betrifft dann nicht nur die Bestäuber, das haben Sie bestimmt schon mal gehört, dass dann die Bestäubung nicht mehr so gut funktioniert und in manchen Ländern schon die Kids in den Schulferien mit so feinen Pinseln rumlaufen und dann selber bestäuben. Sagen Sie, ja okay, tut den Kindern gut, frische Luft, ist doch prima. Sondern Sie ahnen schon, wenn wir ein weltweites, die Erde umspannendes Netz an biologischen Zusammenhängen haben, wie in der Finanzwelt halt auch, dann haben wir da echt ein Problem. Also Sie sehen, egal wo wir hingucken, wir sehen immer dieselben Ergebnisse. Das ist keine Einbildung, das hat nichts mit Wollsocken und das hat nichts mit sonst was zu tun. Und nur mal so, das betrifft sogar zum Beispiel diese Tauben. Da würden Sie vielleicht denken, wie kann das sein, dass Tauben sehe ich doch überall. Ja genau, das kommt daher, weil Sie, je nachdem wie alt Sie sind, weil Sie natürlich den Vergleich nicht haben. Dann, wenn Sie jetzt zum Beispiel so wie ich alt sind, also über 50, dann sagen Sie natürlich, wow, stimmt, jetzt wo der Beneke das sagt, das kennen Sie alle, früher waren die Windschutzscheiben von den Autos voll mit Mücken und Schmetterlingen und so weiter. Und dann hat man am Anfang gedacht, oh, vielleicht sind die Autos aerodynamischer geworden in den letzten 20 Jahren. Wurde geprüft, nö, daran liegt es nicht. Es liegt daran, dass die Tiere weg sind. Das ist seit 28 Jahren in Deutschland mit Wiegen auf einer Waage, wie eine Küchenwaage, mit der Menge der Tiere, die in bestimmten Regionen sind, ist es gemessen, dass 75% der Insekten verschwunden sind und der Arten. Bitte? Also wir haben es auch festgestellt, gerade die Ärzte auf den Schneiden vor. Ja, genau. Und das betrifft, also das betrifft nicht nur die, weil da kann man ja immer noch sagen, ach ja, weiß ich jetzt nicht, ist das wirklich so, sondern das ist gemessen, weltweit. Das sind, nochmal, das sind Tausende und Abertausende von Messungen, die ganz viele Kollegen machen und ganz wichtig, auch Kolleginnen, auch Leute, die das überhaupt nicht interessiert. Zum Beispiel, wenn wir auf dem Weltfliegenkundlerkongress sind oder so, da sagen alle, ach Marc, du mal mit deinem Umweltkram, mir ist das egal, solange ich ein hoher Mikroskop sitzen kann und mir die Geschlechtsorgane von irgendeiner Fliege angucken kann, bin ich glücklich. Also das heißt, die beobachten das nur als Nebenbeobachtung. Das ist überhaupt nicht so, dass das jetzt durch eine Stichprobenverzerrung stattfindet. So ist das nicht. Und tatsächlich, also wenn sie zum Beispiel dann Taubenmanagement haben, dann kriegen sie wirklich einen deutlichen Rückgang der Tiere oder sie werden, wie in der Schweiz und in Limburg und so weiter, werden die Tiere dann einfach getötet. Dann sagen sie, ja gut, okay, Tauben ist mir egal, obwohl das ihnen gar nicht egal sein sollte, denn die gehören natürlich als Haustiere, gehören die zum Letzten, was wir in Städten überhaupt noch an Leben sehen. Also wenn sie, wie gesagt, alt sind, so wie ich, wo sind die Singvögel hin? Die Singvögel sind weg. Die Singvögel sind komplett weg. Sie haben das gerade gesehen. Sie sagen vielleicht, hör, bei mir im Garten. Ja, weil sie Kohle haben und einen schönen Garten und ein schönes Häuschen. Aber 99,9 Prozent der Menschen haben nicht so viel Kohle wie sie und haben kein Häuschen und keinen Garten. Und wenn sie da reingucken, in Kairo und in Bombay oder Ho Chi Minh-Stadt oder sonst was, da ist es vorbei. Da gibt es nichts mehr, weil die Menschen, die Fläche brauchen, die Ackerfläche, ist alles tot in den Städten erst recht. Stimmt das wirklich? Oder, also jetzt mag er auch noch Tauben will uns jetzt auch noch einreiben. Gucken wir doch einfach mal neue Studien, eine ganz neue. Das ist so eine, über die werden Sie nicht so leicht stolpern, obwohl die sehr, sehr groß ist, aber die ist vielleicht jetzt zu speziell. Und dann gucken wir mal rein. Da geht es um Arten, die beweglich sind, also im Vergleich zu einem Baum, der nicht so leicht beweglich ist. Also wie sieht das weltweit aus? Eine Wahnsinnsarbeit, alle Daten, die verfügbar waren, zusammengenommen. Also mehr geht schon echt nicht mehr. Und wenn man da mal schaut, dann sieht man hier, was sind die Haupt, wodurch sind die Tiere gefährdet? Haben Sie ja gerade gehört, die verschwinden alle, das ist gemessen. Wodurch, was sind die Hauptbedrohungen? Und dann gehört da zum Beispiel dazu, unter anderem, Hunting and Collecting. So, da fassen Sie sich natürlich an den Kopf und fragen sich vielleicht, das gibt es doch nicht, wer jagt denn ernsthaft noch? Gibt es noch ernsthaft Menschen, die Wirbeltiere jagen? Oh, massenhaft. Das ist eines der größten touristischen Businessfelder, die es noch gibt. Wir haben das in Namibia live erlebt, da habe ich einen biologischen Vortrag auf dem schon genannten Weltfliegenkundler-Kongress und Innenkongress, den gibt es wirklich gehalten. Und dann kam drüben, auf der anderen Seite von der Kongresshalle, waren die Jäger und Jägerinnen. Da bin ich rüber zu denen und habe denen gesagt, erzählt doch mal. Und dann haben die gesagt, ja, das Einzige, wo du noch Geld verdienen. Bäume sind alle weg, alle tot. Irgendwas anderes, irgendwie eine Wassererlebniswelt, können wir nicht bauen, wie hier in Deutschland, in dieser Zeppelin-Fabrik. Da macht man dann ein Tropical Island rein, geht alles nicht. Also jetzt schießen wir die Tiere tot. Ich meine, von irgendwas müssen wir ja leben. Und daran hätte ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Und dann natürlich Recreational Activities, das heißt, dafür wird auch unheimlich viel Lebensraum verbraucht. Aber dann kommt natürlich auch das, was Sie jetzt alle schon kennen, natürlich Logging und Wood-Tarvesting und so weiter. Und das Blöde ist halt, es lässt sich nicht verhindern. Ich meine, jeder von Ihnen, jede einzelne Person, die hier im Raum sitzt, ist als Kind damit aufgewachsen, dass man nicht Tieren wehtun soll. Aber abballern auf einer Safari ist kein Problem. Jetzt werden einige von Ihnen, außer die, die es machen, werden natürlich empört sein und werden sagen, ja, das gibt es doch gar nicht, das wusste ich überhaupt nicht, dass das so was weiß ich. Ja, aber da sind wir wieder bei den Wirtschaftskreisläufen. Was sollen denn die Länder machen, die nichts anderes mehr haben, außer reiche Touristen einzufliegen, die dann die Tiere abballern? Was sollen die machen? Jetzt gucken wir mal, wie viele Tiere es überhaupt gibt. Weil es soll ja auch um Biodiversität heute den ganzen Tag gehen. Also, am allermeisten auf der Erde gibt es Gliedertiere. Gliedertiere, das sind biologisch gesehen die Tiere, die aus so, oder Kerbtiere, die so Kerben drin haben. Spinnen, Krebse, und Insekten, Milben, sowas. Also, die kreuchten Fläuchen. Je größer das auf dem Bild ist, umso mehr gibt es davon. Also, das sind hier 42% von allem, was auf der Erde leben. Also, das aller, aller, aller meiste sind diese Gliedertiere. Und dann gibt es noch jede Menge andere. Menschen spielen natürlich überhaupt gar keine Rolle. Also, Sie sehen schon wilde Vögel, 0,1%, ist schon fast gar nichts. Und im Vergleich dazu können Sie sich vorstellen, dass Menschen, also ein Mensch wäre irgendwie, weiß ich nicht, wenn wir hier die Wirbeltiere nehmen, das wäre vielleicht hier so ein Sandkorn zwischen den Hufen von der Kuh oder so. So, jetzt haben wir Sandkörner zwischen den Hufen der Kuh. Wir haben aber Folgendes geschafft. Und das ist was, weil Sie vorhin auch ein bisschen kurz was von Insekten gesagt haben, was Ihnen vielleicht auch noch gar nicht bewusst geworden ist, weil Sie es vielleicht nicht selber erleben. In dieser Gruppe, von der es am allermeisten gibt, und von der das, das ist die Grundlage des Netzwerkes, des Lebens auf der Erde, sind logischerweise die Gliedertiere, weil es davon am meisten gibt. Also, ich weiß nicht, was im Finanzsystem die Grundlage wäre, stellen Sie sich mal vor, was die Grundlage des Finanzsystems wäre, gebe ich nichts an. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, es gibt gewisse Grundprinzipien, die sind nicht antastbar. Nehmen wir mal an, also als Laie würde ich jetzt sagen, Vertrauen in eine Währung in einem stabilen Land. Dieses Vertrauen kannst du nicht antasten, weil wenn das Vertrauen in die Währung erodiert, dann funktioniert die Währung natürlich nicht mehr, weil es ist ja nur bedrucktes Papier. Also, insofern muss man Vertrauen haben. Nehmen wir mal sowas. Das ist bestimmt jetzt ein schlechtes Beispiel, aber nur damit zu verstehen, was ich meine. So, jetzt gucken wir uns das mal an mit den Tieren hier. Welche Tiere sind in den letzten Jahren gemessen verschwunden? Genau die Tiere, von denen das kein Mensch geglaubt hätte. Sie können das jetzt wahrscheinlich nicht gut sehen, aber wir gehen mal, also, violett heißt, da ist viel verschwunden. Gehen wir mal zu denen, die am meisten verschwunden sind. Jetzt Luft anhalten, Ameisen. Also, das hier ist die Menge der Tiere, die verschwunden sind. Also, links ist wenig verschwunden, rechts ist viel verschwunden. Also, 100 Prozent, wenn Sie so wollen, 0 Prozent. Und ausgerechnet die Tiere, nämlich die Ameisen, von denen bis vor fünf Jahren jeder Biologe und jede Biologin gedacht hätte, Schaben, Fliegen und Ameisen werden alles überleben. Atomkrieg, Menschen, alles. Die hat es weggerafft. Bam. Die sind einfach weg. Das ist gemessen. Gucken Sie sich mal wirklich, falls Sie Farben, manche Leute können ja Farben nicht so gut sehen, für die die Farben nicht so gut sehen können, das ist fast bei 100 Prozent. Jetzt sagen Sie, über mir im Garten sind aber noch welche. Die Antwort von mir kennen Sie schon. Ja, vielleicht haben Sie ein schönes Häuschen, weil Sie super viel Kohle haben, mit einem schönen Garten. Aber das sind echte Messungen, die überall stattfinden, nicht bei Ihnen im Garten. Wir wollen ja Big Data machen. Und das große Problem dabei ist, das hier ist auch vom Nationalpark Bayerischer Wald, diese Kreisläufe, die sehen wir meistens nicht. Das meiste findet halt in der Erde statt. Also Sie haben ja klar Wildschweine, Rotfüchse und so weiter. Ah, prima, kann man abknallen, kann man auch abknallen. Gut, gut, prima. Und so weiter. Und hier Eichhörnchen, ja gut, das kann man mal füttern. Aber das ist alles auf der Oberfläche. Aber in Wirklichkeit findet das hier unten statt. Sie haben gehört, ich arbeite mit Insekten auf Leichen, über die Fliegeneier, Fliegenlarven. Dann kommt ein Luchs, frisst an dem Aßen und so weiter. Und der Rest, die Bakterien, viele Milben, Würmer und so weiter, die sind natürlich unter der Erde. Und gerade die Würmer hat es auch sehr, sehr hart getroffen, die Regenwürmer. Die Regenwürmer werden immer kleiner und immer weniger. Und das ist jetzt der Moment, wo Sie wirklich sagen, ach, ist jetzt gleich fünf, ey, Regenwürmer, ey, wirklich ohne Scheiß. Also das interessiert mich gar nicht. Tja, dumm nur, dass ohne Regenwürmer überhaupt gar kein Ackerbau mehr stattfinden kann. Geht nicht. Ist unmöglich. Das heißt, wenn... Bitte? Sehr gut, sehr, sehr gut. Du setzt Regenwürmer wieder zurück. Das finde ich sehr, sehr löblich. Wer das macht, kriegt eine Belohnung. Können Sie mal durchreichen. Sie kriegt eine Belohnung, weil sie Regenwürmer rettet. Ein 4711-Tuch aus der Nachbarstadt. Genau. Und das ist natürlich der einzelne Wurm. Der macht keinen Unterschied, weil Sie können sich, Sie werden es gleich sehen, wahrscheinlich kaum vorstellen, wie viele Lebewesen wirklich in der Erde sind. Und wenn dieses schnelle Wegsterben, dass das wirklich prozentual, wie Sie es jetzt schon mehrmals gesehen haben, wirklich extrem viel ausmacht. Oder ich zeige Ihnen mal ein nettes Bild, erst mal, damit wir nicht immer Zahlen haben. So muss man sich das vorstellen. Hier sind die ganzen Lebewesen, Schmetterlinge, Fliegen, Würmer, Ameisen, Hundert- und Tausendfüßer, Käfer. Dann hier oben sind die davon abhängigen Lebewesen, also Kühe, die das fressen. Oder auf dem Ackerboden wachsen hier jetzt Paprika, Äpfel, Weizen, irgend sowas. Und die Menschen stehen halt hier oben. Und das ist auch wörtlich so zu nehmen, nicht nur bildlich gesprochen. Und sehen das natürlich nicht unbedingt. Oder in Ihrem Fall gucken Sie sich die Finanzkreisläufe an, die super wichtig sind. Ohne Finanzkreisläufe funktioniert auch nichts mehr. Und sehen aber nur diese Oberfläche. Und natürlich ist es tatsächlich so, wenn jetzt unsere ganzen Ameisenwürmer weg sind, können Sie sich vorstellen, was in dem Kartenhaus passiert. Jetzt haben Sie vorhin gesehen, eigentlich wird das auf allerhöchster politischer Ebene gemacht. Besonders dieser Beschluss, 30% der Land- und Wasserfläche, 20-30% unter Totalschutz zu stellen. Soll ich immer sagen, was bisher passiert ist, mit den total geschützten Flächen in den letzten 10 Jahren? Alle total geschützten Flächen mit Totalschutz. Das Einzige, was Sie da nicht machen dürfen, im Grunde genommen, ist Tourismus. Zum Beispiel in den total geschützten, total, tut mir leid, dass ich immer das Wort wiederhole, dürfen Sie zum Beispiel fischen. Fischerei ist kein Problem. Hä? Wo ist denn da der Totalschutz? Das ist alles nur Augenwischerei und Bullshit. Und deswegen ist halt im Moment im Netz diese sehr schöne kleine Grafik unterwegs. Deutschlandsbemühungen gegen das Insektensterben oder was auch immer. Durch Minimierung von Lichtverschmutzung. Okay, kann man machen. Das funktioniert auch ganz gut. Durch Verbote von Ackergiften, haben Sie schon gehört, funktioniert überhaupt nicht. Und durch Insektenhotels vom Baumarkt. Und genau so ist es. Die Insektenhotels vom Baumarkt funktionieren überhaupt nicht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es hilft ja auch nicht, die Kreisläufe des Lebens am Laufen zu halten. Da retten Sie halt ein paar Tiere. Aber das nützt halt nicht viel. Stimmt das wirklich, was der Markt da sagt? Wir haben doch gerade eben in dem vorigen Vortrag gehört, dass das stimmt ja auch auf allerhöchster Ebene, sozusagen in meiner Sprache, mit Exekutiv-Order, wenn man so will, also mit Pflicht, mit gesetzlicher Pflicht, dass das umgesetzt werden muss, dass das stattfindet. Ja, passiert aber nicht, weil dann wird es so gelöst, wie hier Ende letzten Jahres. Europäisches Parlament kippt Gesetze, Reduktion von Pestiziden. Das heißt, Sie sehen dieses sehr gute Diagramm, was Sie gerade in dem vorigen Vortrag gesehen haben, aber was Sie vielleicht nicht mehr mitbekommen ist, dass dann hinterher alle sagen, können wir das mal gerade rückabwickeln? Und dann wird das rückabgewickelt. Und das erlebe ich, seit ich Biologie studiert habe. Jeden Tag immer dasselbe. Also hier vereinfacht dargestellt. Vor wenigen Tagen war der internationale Tag des Artenschutzes. Gucken wir uns nochmal an, was es da zu feiern gab. Seit 1980 sind 35% aller Felsvögel verschwunden. Das haben Sie schon gehört, die Bezug zu dem Ackerbau haben, von dem wir alle uns ernähren. Die Masse der Insekten ist gemessen, das ist alles gemessen, seit 1989 75% geschwunden, in Deutschland jetzt. Das betrifft nur Deutschland. Und aktuell ist jede fünfte Art in Europa bedroht. So jetzt nochmal. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine große Familie. Nehmen wir mal an, Sie hätten eine große Familie mit Cousins und Cousinen und Enkeln und von mir aus auch Neffen, Nichten, alles Mögliche. Wenn Sie keine haben, stellen Sie sich mal eine große Familie vor mit 100 Leuten. So. Und dann würde ich hier reinkommen und würde sagen, guten Tag, Sie können hier gleich mit dem Vortrag weitermachen. Ich habe eine kurze Info für Sie. Jede fünfte Person von Ihrer Familie ist davon bedroht, jetzt in nächster Zeit zu sterben. Was würden Sie denn dann sagen? Dann würden Sie rechnen, weil rechnen können Sie alle. Und dann würden Sie sagen, oh, das ist aber nicht so gut. Und genau so ist es jetzt bei den Tieren. Nur da ist man halt in diesem ständigen Rückabwicklungsprozess und sagt, komm, lass uns nochmal schnell die Gewinne erwirtschaften. Lass uns noch irgendwie schnell die Gewinne erwirtschaften. Verstehe ich auch. Also das ist keine, sagen wir mal, verständnislose Kritik oder sowas von mir. Ne, ich weiß auch, dass Sie alle nicht zaubern können. Aber es ist so, wie Sie es vorhin gesehen haben, das, was natürlich von den Kreditinstitutionen politisch und von allen anderen Einwirkungen gewollt wird, funktioniert nur, wenn die Verbraucher und Verbraucherinnen mitmachen und die machen nicht mit. Die Verbraucher und Verbraucherinnen machen nicht mit. Und das können Sie als Bank oder Sparkassengruppe oder irgendeine Finanzorganisation können Sie das nicht ändern. Weil wenn Sie dann eine nette Aufklärungskampagne machen, dann sagen alle, ja, okay, und wo kann ich jetzt meine 8% kriegen? Ich möchte jetzt gerne aber 8% kriegen, nicht 7%. Also, ja, okay. Hinzu kommt, dass auch Dinge, die genauso, wie ich das vorhin schon geschildert habe, komplett gegen den Menschenverstand, wenn es den gäbe. Als Kriminalist sage ich, den gibt es nicht, aber okay, sagen wir mal, den gäbe es. Komplett dagegen geben ist das hier. Lassen Sie es mal auf sich wirken, ganz kurz. In Deutschland wurden 2023 knapp 50 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde geschlachtet. Und dann 700 Millionen Hühner, Puten und Enten. Und jetzt sind wir bei dem Problem, was ich gerade geschildert habe. Warum passiert das denn? Weil es allen scheißegal ist. Weil Sie gleich sagen, wenn es nachher Häppchen gibt, oh, lecker, Pute, ist besser als Rind. Ist Ihnen einfach scheißegal, dass das Tier getötet wird. Und so sind die Verbraucher und Verbraucherinnen. Das ist das Problem. Das heißt, bei einer Sache, von der wir wissen, dass es gesundheitlich viel besser ist, mit Zwillungsforschung, also da wurden Zwillinge genommen und dann wird immer getestet, der eine ernährt sich, wie er sich ernähren will der eine Zwilling oder die Zwilling und der oder die andere ernährt sich rein pflanzig. Innerhalb von wenigen Wochen messbar, für jeden von Ihnen selber ausprobierbar, brauchen Sie noch gar keine eine eigene Zwillingstudie machen, verbessern sich alle Blutwerte. Alle. Außer vielleicht B12, das müssen Sie dann ab und zu mal vielleicht supplementieren, aber das ist ja ein Kinderspiel. Das kostet beim DM 3,50 Euro oder so. So eine ganze Packung. Und das ist das Problem. Die Trägheit der Verbraucher und Verbraucherinnen, die sagt, es riecht so lecker, ist mir jetzt egal, dass das eine Wurst ist, die aus Leichendarm, mit Leichenfett und Leichenmuskelfleisch besteht. Mich hätte interessiert, dass diese Zahl denn, wenn man die jetzt mit dem Rahmen zum Hochvergleich tendenziell eher zurückgegangen hat, stiegen? Ja, gute Frage. Also das Gefühl des Sitzungsministers, dass die Aufklärung, sagt man, in der Bevölkerung steigt, vielleicht auch die Sitzibilisierung. Da hätte mich interessiert, wie ist die mit den Vorjahren steigend? Ja, ist richtig. Also stimmt, weiß ich nicht, ob wir das noch schaffen mit den Vorjahren. Also es gibt bei Rindfleisch, weil da ja auch die WHO und so weiter sich zu geäußert hat, gibt es einen Rückgang in Deutschland und auch ein Umschwenken auf pflanzliche Produkte teilweise. Auch bei dieser Kuhmilch da auch, da gibt es teilweise auch eine Hinwendung, das sieht man ja auch im Supermarkt, also gerade auch hier im Rheinland sieht man das, wo der sehr gute Supermarkt mit den vier Buchstaben herkommt, der das ja auch fördert. Aber im Bereich von Hühner, Puten, Enten sagen alle so, ja, das ist egal. Also und gerade Puten, also ich will jetzt hier nicht weinerlich rüberkommen, aber wenn Sie, ich meine das jetzt ernst, ich würde Sie bitten, jetzt wirklich nicht zu lachen, weil sonst wäre ich sauer. Hühner, Puten und Enten sind absolut freundliche, liebenswerte Tiere, die mindestens genauso viel können wie ihre Lieblingskatze und ihr Lieblingshund. Da können Sie gerne innerlich schmunzeln, aber mich kotzt es an, dass Leute ihre Katze und ihren Hund retten und streicheln oder wie hier in New York, das ist eine Meldung aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, haben Sie vielleicht gelesen, vor, wann war es, vor wenigen Tagen, die ganze Stadt zittert um einen Uhu. Dann fiebert ganz New York City mit, was mit dem einen Uhu, der aus dem Zoo abgehauen ist, passiert. Aber dass in der Zwischenzeit diese ganzen Tiere alle unter katastrophalen Bedingungen, die Sie alle kennen, Sie wissen alle, dass das nur Bullshit und Geschwätz ist mit dem Bio und so weiter, weil die Tiere trotzdem hingerichtet und getötet werden. Ich meine, würden Sie zu Ihrer Katze sagen, wenn Sie die erschießen, ist aber lieb gemeint. Ich will dir einen schönen Tod bereiten. Was ist das? Kein Mensch würde das machen. Und da sind wir am Grundproblem. Das heißt, die ganzen Regulative funktionieren deswegen nicht, wie ich das jetzt hier geschildert habe, weil die Verbraucher nicht mitmachen. Jetzt, wenn Sie auf den Planeten Erde gucken, dann sagen Sie natürlich, das hören wir ganz oft, ja, aber das ist ja nur in Deutschland. Können Sie, ich habe hier so eine Hühnerkeule eingezeichnet, über Deutschland. Also, wir in Deutschland, wir sind ja nur so klein, was sollen wir denn da machen? Ja, aber das ist die typische Ausrede. Ja, aber der andere hat angefangen. Ja, aber der andere macht das auch nicht. Das heißt, kurz gesagt, Sie weigern sich, auf irgendetwas zu verzichten, was überhaupt keinen Verzicht darstellt. Meine Klamotten sind, ich weiß nicht, wie alt sind die jetzt? Ich weiß überhaupt, wie alt die sind. Weil unsere Schneiderin kriegt schon Schweißperlen, wenn die uns sieht, weil ich das ständig flicken lasse. Das heißt, wenn die Verbraucher den Verbrauch nicht senken, funktioniert es nicht, aber Sie als Kreditinstitution, haben Sie ja gerade auch richtig gehört, womit wollen Sie noch Ihre Gewinne und Umsätze und Überschüsse und so weiter und Margen erwirtschaften? Ja, das geht. Kein Problem, weil die Schneiderin, die das hier näht, das kostet genauso viel, wie mir die Jacke neu zu kaufen. Das Geld ist nach wie vor im Umlauf. Die Umsätze, die Margen und so weiter sind alle noch da. Nur Leute haben keinen Bock, weil sie sagen, oh die Tiere kosten nichts, die Wälder kosten nichts, ist mir einfach egal. Ich nehme mir das. Da kriegen Sie sozusagen ohne Mühe, kriegen Sie Ihre Überschüsse, Ihre Margen und so weiter. Aber das würde mit minimaler Mühe und Einsicht würde das auch anders gehen. Und zwar deswegen, weil das ist der falsche Bezugsrahmen, der, wie soll man sagen, der staatliche Rahmen, der richtige Bezugsrahmen ist der biologische, für den ich hier heute stehe bei Ihnen. Nämlich, wir haben natürlich Atome, Moleküle, okay, whatever, Zellen und so. Aber wir reden von diesem Bereich hier. Also von der Gemeinschaft, dem Ökosystem, das würde ich jetzt mal nehmen, das interessiert uns. Und der, von Sie vorher noch gesprochen haben, der Biosphäre. Und wenn wir die kaputt machen, dann können Sie Geld, können Sie jetzt hier reinbasteln, wo Sie wollen. Das ist eigentlich relativ beliebig. Man könnte das sogar, philosophisch gesehen, könnte man das sogar hier noch auf Zell- und Gewebeebene einsortieren. Aber das ist für Sie jetzt wahrscheinlich ein bisschen sehr verrückt. Also das würden Sie wahrscheinlich hier auf Populations- und Gemeinschaftsebene einbasteln. Aber wenn das hier, nehmen wir mal diese Linie von mir aus, wenn das hier nicht gelingt, dass die Menschen, jeder Einzelne, sich einfach ohne dieses ständige Ausrede, bla bla, die anderen, sondern einsieht, dass die Umsätze sehr wohl erwirtschaftet können, dann wird das zusammenbrechen. Und zwar durch die, das kennen Sie alle, Sie haben das schon gehört von diesen Kipppunkten oder kritische Punkte, die gibt es in der Physik, die gibt es in der Biologie, die gibt es nicht nur in der Einbildung der letzten Generation, die es übrigens seit genau zwei Jahren gibt und die dann nach zwei Jahren, zwei Jahre erst. Und die, die dann beschlossen haben, sie kleben sich jetzt nicht mehr fest. Also nur mal so. Und dann haben sich alle so, oh prima, dann können wir im Auto wieder besser fahren. Nur mal Beispiel dazu. Das hier ist der Apollo-Falter, streng geschützt, einzigartig und sozusagen einzigräumlich. Der Mosel-Apollo. Und wenn Sie mal hingucken, was dann gemacht wurde, da jetzt zum Beispiel man gesagt hat, okay, den gibt es nur noch in so einer Ecke in der Mosel und das ist irgendwie auch touristisch interessant und das kann dann indirekt finanziell interessant sein, da kann man auch vielleicht ein Weinfest mal machen oder Ökotouristen und Touristinnen und so weiter. Also das ist ja für Sie interessant, dass da irgendwie ein Umsatz dadurch entsteht und möglichst noch ein Gewinn. Und dann hat man das so gelöst, dadurch, dass jetzt die Ackergifte nicht mehr so eingebracht werden sollen, damit jetzt nicht die letzte weltweite Ecke, wo es diese Tiere noch gibt, nicht noch kaputt geht, was kaum zu verhindern ist, weil die Ackergifte halt super lange im Boden bleiben, die die heutigen, die sind 5.000 bis 10.000 Mal härter als DDT für die Älteren, die sich noch an DDT erinnern. Also nur damit sie mal einen Begriff davon haben. Dann hat man gesagt, ach so, das machen wir jetzt anders, dann nehmen wir Anti-Pilzmittel, um möglichst hier noch unseren Ackerbau und Weinbau betreiben zu können und das wird dann als Hubschraubern verspritzt. Und ein Kollege von mir, der hat das mal in diesem Video, Pestizide an der Mosel, welche Stoffe verteilen die Hubschrauber, hat sich jedes einzelne chemische Teil, das ist für Sie jetzt zu langweilig rausgesucht und hat festgestellt, dass das halt der Todesmix ist. Das heißt, Sie können das gesetzlich, können Sie das immer umgehen und können sich hinstellen, örtlich und können sagen, stimmt, ich setze die Regeln um, die in einem jahrelangen Entscheidungsprozess weltweit durchgeführt wurden. Und dann nehme ich einfach irgendwas, was nicht da drin erwähnt wird. Das kennen Sie hier mit, ich will das jetzt nicht erwähnen, aber mit bestimmten Geldtransaktionen, die schon öfter mal zu Ärger geführt haben. Wo man dann einfach sagt, oh, wieso steht doch mit dem Gesetz in Einklang, was soll's. Und dann das Endergebnis ist halt, dann bricht alles Mögliche zusammen. Das will ich Ihnen jetzt nicht im Detail zeigen, damit wir noch ein bisschen Fragerunde machen können, wenn Sie Lust haben. Ich will es Ihnen nur noch mal so ein bisschen kreisförmig vielleicht wiederholen, wie das, was Sie bisher gesehen haben, einzuordnen ist und noch so ein paar offene Enden noch mal kurz erwähnen. Und dann können wir, wenn Sie Lust haben, eine kleine Fragerunde machen. Ich hatte ja vorhin gesagt, man kann sich kaum vorstellen, wie viele Lebewesen in der gesunden Gartenerde leben und warum, wenn die jetzt immer kleiner und weniger werden, warum wir dann halt einfach nichts mehr zu essen erzeugen können. 0,3 Quadratmeter können Sie sich jetzt vielleicht nicht so vorstellen, das ist wirklich nicht viel Erde. Oder manche von Ihnen können Sie sich das vielleicht auch vorstellen, wenn Sie räumlich denken können. Da sind eine Million Fadenwürmer drin, na gut, die sind auch einen halben Millimeter groß und durchsichtig. Aber 50 Spinnen, wo sollen die denn sein? 10.000 Borstenwürmer habe ich noch nie gesehen. Was ist denn? 100 Käferlarven? What? Ja genau, weil in den meisten Böden, wenn Sie überhaupt mal im Boden graben, da ist natürlich schon nichts mehr drin. Da reden wir jetzt von einem gesunden Waldboden und den haben wir halt fast nicht mehr, weil das können Sie jetzt schon mitsprechen. Es gibt schon fast keine Wälder mehr. Das ist das Problem. Ach so, ab wann binden Wälder überhaupt Kohlenstoffdioxid? Weil das ist ja auch so was, da können Sie ja so Zertifikate kaufen und so ein Quatsch, wo dann angeblich Kohlenstoffdioxid aus der Luft gebunden wird. Wälder können überhaupt erst sinnvoll CO2 binden, wenn die über 30 Jahre alt sind. Also das heißt, das ist ein Zeitraum, die Zeit haben wir nicht mehr. Sie haben gehört, 1,5 Grad, Ziel ist gerissen, das bringt nichts. Und das zweite Problem ist, das können Sie in meinem vorigen Vortrag hören, wenn Sie sich den mal angucken wollen, gleichzeitig durch die hohe Energie in der Luft, habe ich vorhin schon erwähnt, Wärme und so weiter, haben wir viel mehr Blitze. Und raten Sie mal, wo die Blitze einschlagen, in die alten großen Bäume. Das heißt, derzeit haben wir den nächsten Todeskreislauf, es wird immer wärmer, das haben Sie gerade schon gesehen, immer mehr Kohlenstoffdioxid und so weiter und so weiter. Das heißt, die Wälder gehen weg, Lebensäußerung. Da setzen sich Leute hin und filmen Tag und Nacht die Wälder und gucken, wo die Blitze einschlagen. Das hört sich für Sie natürlich vollkommen sinnentleert an, wo Sie sagen, wie können wir damit Geld verdienen? Ja, gar nicht. Die verdienen überhaupt kein Geld mit. Wenn Sie diese Zusammenstellungen von Lebewesen haben, dann können Sie einen humusreichen Boden haben. Wo haben wir den nicht? Natürlich überall, wo das weggeschwemmt wird, beispielsweise, oder in den Tropen, wo es, das ist ja das, was hier wahrscheinlich passieren wird, dass es mit entweder mediterran oder tropisch wird, durch diesen ständigen Wechsel von Feuchtigkeit und Trockenheit und dann haben Sie nur noch sehr, sehr dünne, nennen wir es mal Erdkrumen und wenn Sie schon mal in Tropen waren, wissen Sie das auch. Wenn Sie in den Urwald gehen oder sonst wo gucken, dann wissen Sie, die haben zwar ganz gute Erträge, zum Beispiel Mangos in den Philippinen, da kann man zweimal im Jahr kann man die Mangos ernten. Wenn Sie Kunstdünger draufkippen, auch dreimal. Ich war dabei, als das, als dieses Kunstdüngerprojekt angefangen hat in den Philippinen Mitte der 1990er Jahre und da haben sich zum Glück die örtlichen Leute geweigert. Da kriegen Sie jetzt wahrscheinlich gleich Gänsehaut, aber die haben wörtlich gesagt, ich war dabei, die haben gesagt, wir wollen aber nur zweimal im Jahr ernten, wir möchten nicht dreimal im Jahr ernten, also wir haben genug Mangos. Und dann sind natürlich alle von den Universitäten und den Banken hingegangen und haben gesagt, doch wollt ihr, dreimal ist besser. Und dann haben die natürlich ein paar Jahre lang haben die dann gesagt, nee, kein Bock und dann irgendwann sind sie natürlich weich geworden, als die Kinder älter geworden sind. Also das ist zwingend notwendig. Wenn wir das zerstören, ich weiß, ich gehe Ihnen damit auf den Wecker und Sie werden es auch gleich wieder vergessen und sich Ihr Puten und Rinder oder sonst was Häppchen nehmen, aber diese Verschiebungen, an die können Sie sich nicht anpassen. Das können Sie auch durch Regelungen, ich nenne es jetzt mal volkswirtschaftlicher, durch volkswirtschaftliche Maßnahmen würde ich das nennen. Können Sie das nicht steuern? Das liegt nicht mehr in Ihrer Hand. Das ist nicht möglich. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel dafür. Ich lasse mal die komplizierten Sachen weg, damit wir schneller Schluss machen können. Hier sehen Sie, das ist ganz neu, vom Deutschen Wetterdienst eine Meldung und die haben jetzt einfach mal gemessen, wann blühen die Physizien. Und das ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, dieses Jahr war es super extrem mit den ganzen Pflanzen, die auf einmal schon rauskommen und mit der Hitze, das habe ich ja ganz am Anfang schon gezeigt, 25 Grad im Januar und so weiter und Grilltemperatur im Februar und so. Aber wenn Sie sich das mal gucken, hier ist 1952, hier ist 1982 und 2012, 2024. Also ganz, ganz, ganz neue Meldungen. Und dann sehen Sie, das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, das Diagramm, das hier ist der 25. April, wo die halt rauskommen könnten, das ist der 16. März, wo die rauskommen können und dann geht das sozusagen, wenn man so will, das ist eine Steigung im Datum. Also hier ist der 14. Februar, März, April und Sie sehen jetzt, was passiert. Das sind die gemessenen Tatsachen, wo Sie sehen können, dass die Physizien früher blühen, sagen, das ist doch schön, dann blühen die halt früher. Ja, aber wenn Sie sich noch mal in Erinnerung rufen, wie stark die Netzwerke, die biologischen sind, wo die ganzen Lebewesen aufeinander abgestimmt sind, dann ist das vielleicht nicht so gut und dann kommen die ganzen biologischen Kreisläufe, aus dem, ja, die laufen aus dem Ruder und da sagen Sie halt, mein Gott, der Marc, wir haben es jetzt verstanden, ist doch gut jetzt, hör doch mal auf, ne, ich will jetzt meine Kuhmilch trinken und sie schmeckt mir halt besser als die blöde, weiß ich nicht was, Hafermilch und so. Okay, gut, aber eine Sache, um Ihnen das mal jetzt auf die ganz andere Seite zu kippen, ist die hier, das haben Sie wahrscheinlich schon mitbekommen, das ist schon seit mehreren Jahren, es droht die Schokoflation, vergessen Sie diesen Mann, der hat damit nichts zu tun. Jetzt droht die Schokoflation, Kakaopreis, also das wissen vermutlich einige hier im Raum, der ist hier angegeben, da sehen Sie unten, also 1000 Geld, 6.000 Geld, die Meldung ist vom 24. Februar diesen Jahres und das ist 2024 und jetzt sehen Sie immer dieselbe Kurve. Raten Sie mal, warum die Kurve so groß wird, genau wegen dem Todeskreislauf, der jetzt durch scheinbar eigentlich im ersten Moment sinnvoll, auch biologisch sinnvoll erscheinende Maßnahmen aus der Finanzwelt kommt und zwar sagt man sich, okay, 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 das ist natürlich, wenn die Schokolade teurer wird, dann gibt es Unruhe in der Bevölkerung. Also das ist jetzt, so die ganzen Tiere, ist mir egal und auch die blöden Puten und die ganzen Asseln und die Pflanzen, die Vorsitzien, aber meine Schokolade und mein Kakao, dann wird es ernst, okay. Und wenn die jetzt natürlich so teuer werden, dass sie, wie wir es gerade in der Schweiz gesehen haben, vor zwei Monaten, da zahlen Sie, Achtung, also wenn Sie schon öfter in der Schweiz sind, wissen Sie das, da kostet eine Tafel vernünftige Schokolade 24 Euro. Das ist normal. Also da zuckt nicht, weil es die Schweiz ist, sondern weil es vernünftige Schokolade ist. Also das hat nichts damit zu tun, dass klar, in der Schweiz ist alles deutlich teurer, aber nicht so viel teurer. Aber die sagen sich halt, okay, dann sichern wir uns den vernünftigen Kakao. Das ist schon passiert. Also wenn Sie zum Beispiel die viele, ich will die jetzt nicht nennen, aber die meisten Marken, die hier in Deutschland sehr, sehr bekannt sind, dass wenn Sie einmal vernünftige Schokolade gegessen haben, rühren Sie nicht mehr an ernst gemeint. Wissen wahrscheinlich auch mehrere hier im Raum. So und das hier, da sagen Sie sich, ja okay, exponentiell sehe ich da noch ein, kann ja sein, alles verschwindet, die Tiere, die Wälder, klar, da gibt es weniger Kakao. Aber wo kommt denn das hier her, was wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben? Brauche ich Ihnen jetzt nicht sagen. Natürlich durch Spekulanten und Spekulantinnen. Woher denn sonst? Ist doch klar. Und genau so ist es. Das ist bewiesen. Das ist gemessen. Das ist keine Meinungsäußerung. Das heißt, die Steuerungsmechanismen, die im ersten Moment gar nicht so schlecht wirken, da sagt man, ja, wir können das Produkt ja vielleicht ein klein bisschen verknappen oder so und dann werden sich die Leute schon zusammenreißen und dann können wir vielleicht da ein paar Wälder schützen. Die schlagen natürlich immer ins Gegenteil um, wie bei Tigerzähnen oder bei Nashornhörnern. Wenn Sie versuchen, das zu verknappen, dann wird das immer, sich sowieso schon stärker verknappen. Gut, jetzt ist es auch noch teurer wird. Das kriegt natürlich dann immer so eine Kurve am Ende. Das ist klar. Das heißt, Sie fördern, dass das noch mehr Raubbau betrieben wird, weil ist ja klar, würde ich auch machen, wenn ich vor Ort leben würde. Dann sage ich mir, hö, auf einmal verdiene ich das Zehnfache. Na gut. Okay, hier guckt eh keiner hin. Wie in Rumänien bei den Wäldern, bei den Urwäldern. Und dann können Sie so viele Petitionen schreiben, wie sie lustig sind und so viel, wie Sie wollen, finanziell dagegen regulieren. Was wollen Sie gegen die, nennen wir es mal Investoren machen, nennen wir es die Spekulanten, ja. Was wollen Sie gegen die Investoren machen? Gar nichts. Das wäre ein bisschen abwegig. Zu der Bestäubung will ich jetzt mal nichts sagen, weil ich glaube, das leuchtet jedem sofort ein, dass die Bestäubung ein Problem ist. Ich will Ihnen nur noch eine ganz schnelle, ganz kurze Studie kurz zeigen und dann haben wir es. Damit Sie sehen, dass es wichtig ist, neue Daten anzugucken. Sie sehen, alles, was ich Ihnen gezeigt habe, stammt aus der aller, aller, aller letzten Zeit, teilweise sogar von vorgestern oder so. Damit Sie nicht denken, so, ja, okay, ist ja süß, dass er in den 70ern mal Wale gestreichelt hat oder sowas. Das ist eine ganz neue Veröffentlichung, die ist am 21. Februar rausgekommen. Biodiversity Footprints of 151 Popular Dishes. Also da haben die einfach mal was, wie ich finde, super Cooles gemacht und haben unter der Federführung, also unter der editorischen Federführung, nicht der forscherischen, von University of British Columbia, haben die Kollegen, die hier so unter anderem asiatisch klingende Namen haben, haben dann gesagt, okay, wir gucken jetzt einfach mal, wie stark der Impact, also auf die Biodiversität, die heute Ihr Thema hier ist, wirklich ist. Gucken wir uns das, ich meine, Sie ahnen jetzt schon, was kommt. Interessiert Sie natürlich nicht, also Ihre Handlungen werden sich kein bisschen ändern dadurch, aber ich will, Sie sollen wenigstens sagen, okay, ich habe es gehört. Wenn alles abfackelt und wegschwemmt, würde ich wenigstens gerne darstellen und sagen, ey, wirklich, ich habe die Studien vorgestellt und du kannst die Studien selber nachlesen, weil das, weil das jemand sein Verhalten nicht ändert, geschenkt, geht mich nichts an, aber dass die Leute hinterher heulen, ne, uh, der Kakao ist so teuer, dass ich keine mehr Schokolade leisten kann, ja, okay, das ist dann ein anderes Thema, also nicht erst sich schlecht verhalten und dann heulen, das ist wie bei Kindern, ne, also das machen wir nicht. Also, was passiert mit dem Artenreichtum? Gehen wir mal auf Artenreichtum. Jetzt ahnen Sie natürlich schon, wie stark, also wirkt sich das aus, wenn Sie, ähm, wenn Sie zum Beispiel hier Beef nehmen, also Rinderfleisch, auch Eier und Milch sind übrigens ein Riesenproblem und Butter, das haben Sie vielleicht schon gehört, ne, also das, das erzeugt immer besonders hohe Balken, ne, also das heißt, das wirkt sich besonders stark auf die, in der jeweiligen Umgebung, auf die, auf die Species Richness aus, also das ist die Anzahl der Gerichte, die die hier mal angeguckt haben, die es dann weltweit gibt, also 151 verschiedene Gerichte und das ist jetzt die Threatened Species Richness und da sehen Sie schon, ne, also immer, das wissen Sie ja natürlich auch, ne, also da, da haben Sie dann sehr, sehr viele Daten dazu, ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen, weil das können Sie sich dann selber angucken, aber eben, ähm, was ist, was ist ein Haupteinfluss da drauf und was ist ein geringer Einfluss da drauf und ich rede mal nur von den geringen Einflüssen, das ist für Sie jetzt vielleicht das Interessanteste, weil was gefährlich ist, wissen Sie sowieso, das ist natürlich Sojabohnen, die kann man, die werden nur deswegen weltweit so viel angebaut, um Tiere zu füttern, ne, also 90% oder so der Sojabohnen werden ja nur zum Tierefüttern verwendet, vollkommen hirnverbrannt, wenn Sie, wenn Sie so ein Patty nehmen, so ein Hamburger Patty, nur damit Sie mal eine Vorstellung kriegen, wenn Sie ein Hamburger Patty aus Pflanzen nehmen und ein Hamburger Patty aus Rindfleisch nehmen, dann verbraucht der Rindfleisch Patty, verbraucht so einen Sack Getreide und jetzt jeder, der schon mal gekocht hat, weiß, aus so einem Sack Getreide kann ich aber mehr als einen Patty für meinen pflanzlichen Hamburger machen. Und selbe Nährwerte, alles gleich. Also das ist das eine Problem. Ach so, was sind das so? Also besonders gut sind halt Sojabohnen, Tomaten, obwohl man das im ersten Moment nicht denken würde, weil die viel Wasser verbrauchen, und Mais, Auberginen und so weiter. Also selbst die bösen Bären, wenn die jetzt natürlich nicht im Naturschutzgebiet angebaut werden, wie da in Spanien, selbst damit können sie was machen und sie müssen es natürlich dann nur zu der Zeit essen, wo es auch wächst. Also natürlich, klar, da gibt es so schöne Kalender, die können Sie auch an jeder Uni oder im Internet runterladen. Da essen Sie halt das, was in der jeweiligen Jahreszeit vor Ort verfügbar ist. Übrigens das Lügenargument, dass die pflanzlichen Dinge ja auch über den Ozean geschifft werden, das ist ein Märchen, das will ich jetzt nicht mehr zeigen, aber da gibt es eine ganz neue Veröffentlichung zu, die zeigt, dass das keinen Haupteinfluss darstellt. Weil wie gesagt, wenn das überhaupt etwas mehr verschifft wird, beim Soja und so weiter, dann liegt das daran, dass das für Tierzucht verwendet wird. Das hat also nichts mit der pflanzlichen Ernährung zu tun. Und hinzu kommt, dass wenn Sie die örtlichen Pflanzen, wie ich schon sagte, in Blühstreifen und durch nicht so viele Ackergifte hochwachsen lassen, haben, dann haben Sie auch die Erdverdichtung. Und was passiert, wenn Sie die Erde nicht so verdichtet haben, das haben Sie jetzt alle in den letzten zwei Jahren erlebt. Dann rutscht Ihnen alles runter. Ich zeige die Videos jetzt nicht, Sie können die gerne bei TikTok angucken. Da gibt es massenhaft Videos, wie ein Haus nach dem anderen durch Erdrutsche und der nicht stabilisierte Erde zerstört wird. Und dann möchte ich mal die Leute sehen, die da hingehen, in so einen Ort, und den Leuten sagen, wo gerade zehn Häuser komplett zerstört, also durch unterspültes Erdreich, weil eben die Wurzeln nicht mehr da waren, von den einheimischen Pflanzen, von den Unkräutern, dass sie da hingehen und sagen, ja, musst du dich halt anpassen. Bisschen schwieriges Gespräch. Hier sehen Sie das, heimische Hülsenfrüchte statt argentinisches Rindfleisch. Das wissen Sie sowieso, aber was Sie vielleicht noch nicht wissen, ist, das sind die Hülsenfrüchte. Das heißt, wir wissen jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren, dass die Hülsenfrüchte, wenn die Menschen bereit wären, das zu tun, wie gesagt, es gibt immer nur Ethik, Geschwätz, aber keine Handlung. Aber wenn jetzt mal der Kippung kommt, der menschliche, wo die Menschen sagen, okay, ich habe es eingesehen, ich ernähre mich jetzt wirklich gerne mal hauptsächlich von örtlich angebauten Hülsenfrüchten, die dann auch saisonal sind, dann hat jeder Einzelne einen Mega-Impact. Dem, was ich schon die ganze Zeit sage, die Verbraucher, Verbraucherinnen können sehr, sehr viel tun, aber sie tun es halt nicht. Und wirklich, alles, was sie machen, finde ich supergeil. Das meine ich toternst. Also die finanzielle Steuerung, dass es nicht ständig irgendwelche irren Inflationen gibt, wie in der Weltwirtschaftskrise vor langer Zeit, dass es Rückversicherungen gibt, dass sie darauf achten, dass auch noch, wie gesagt, Überschüsse erzielt werden. Aber, wie ich schon mehrfach sagte, die US-Amerikaner versuchen es gerade, unter Biden jetzt zumindest, indem sie sagen, Jobs, 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 in die Umwelttechnologien, das ist schon passiert, das hat er nicht nur angekündigt, das hat er auch gemacht. Die investieren, also durch Subventionsprogramme natürlich, die sich dann hinterher aber wieder auszahlen. Und genauso, dasselbe gilt für die ganzen Hülsenfrüchte. Und dann sagen sie halt, ne, mach ich aber nicht. Ich weigere mich, jetzt einen Erbsenburger zu essen. Ja, okay, dann weigern sie sich halt, aber nicht heulen hinterher. Nicht heulen, bitte. Also das ist es dann. Die letzten drei Bilder, weil Sie wahrscheinlich eher Wirtschaftsquellen glauben, das hier ist vom Global Risk Report, dem ganz, ganz neuen von 2024, vom World Economic Forum, wo jetzt, glaube ich, keiner mehr sagt, ja, das sind alles Ökos, die Putin liebhaben, wie der Markt. Also mehr geht, glaube ich, jetzt nicht als das World Economic Forum. Und die haben jetzt gerade eben veröffentlicht, was bedroht unseren Wohlstand? Das ist ja auch nur so ein Laberwort, also Reichtum ist damit gemeint. Was bedroht unseren Reichtum in den nächsten zehn Jahren am meisten? Extremwetter und Fehlinformationen. Und ich wette, dass vieles von dem, was Sie heute gehört haben, da werden Sie, wenn Sie rausgehen, werden Sie sagen, nee, der Markt, der hat das jetzt irgendwie so zusammengestellt oder so. Okay, dann gucken Sie sich die letzten, weiß ich nicht, zehn Vorträge zum selben Thema an, wo ich auch immer die aktuellen Daten rausgezogen habe. Komisch, dass immer das ist, dasselbe rauskommt. Jetzt können Sie immer noch sagen, ja, das ist eine Stichprobenverzerrung. Gut, dann reden Sie gerne mit dem World Economic Forum. Und dann sagen Sie, wir sind hier aus der, wir kennen uns auch mit Finanzen aus. Und das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Es kann doch nicht sein, dass die größte Bedrohung des Reichtums in den reichsten Ländern der Welt durch Extremwetter und Fehlinformationen kommt. Da habe ich noch nie was von gehört. Das ist doch Quatsch. Ja gut, dann laden Sie sich doch den Bericht einfach runter und nehmen Sie sich mal zwei Stunden und lesen Sie den. Oder laden Sie sich den Weltklimabericht runter oder irgendeinen von den anderen Berichten. Das britische Finanzministerium, das heißt er ja anders, aber das britische Finanzministerium hat schon vor mehreren Jahren einen Bericht veröffentlicht, wo all das auch drinsteht, was Sie hier sehen. Können Sie sich runterladen. Stammt direkt nur vom Finanzministerium. Und in England sitzen im Finanzministerium keine Ökos. Kein einziger Öko sitzt da. Das sind reine, also im guten Sinne, wenn Sie so wollen, Kapitalisten jetzt. Also das kommt vom World Economic Forum und das Grundproblem ist einfach das. Weil bisher denken alle kurzfristig, also fast alle, und sagen sich, okay, wir erzielen Umsätze, Margen, alles Mögliche, Gewinne, das erzielen wir einfach dadurch, dass wir Produkte verkaufen. Und dann schmeißen wir die Produkte weg und dann erzeugen wir neue Produkte. Und das ist keine Kreislaufwirtschaft. Und jetzt haben Sie gerade gesehen, was biologisch passiert. Biologisch brauchen Sie, das ist über Milliarden von Jahren bewiesen, oder hunderte von Millionen Jahren bewiesen auf der Erde, 100%iges Recycling. Wenn Sie aber so wie wir, weiß ich nicht, wie hoch die reale Recyclingquote ist, vielleicht 0,5%, ich weiß es nicht, dann haben Sie am Ende dasselbe Produkt, was halt eine Zeit lang irgendwer benutzt hat, haben Sie dann in der Mülltonne liegen. Und jetzt haben Sie es gelesen, vor zwei Tagen, Müllexporte in die armen Länder nehmen wieder drastisch zu aus Deutschland. So machen wir das in Deutschland, dann sagen wir halt, ja, okay, Marc, aber wir haben doch hier gar nicht mehr Müll in Deutschland. Ja klar, weil da geht es wieder in die Länder, die sich nicht wehren möchten, reingeschickt wird. Das ist wirklich so. Das ist kein 70er-Jahre-Quatsch. Das ist gemessen. World Economic Forum. Und als ich klein war, gab es an allen möglichen Schrottautos diesen Aufkleber. Der stammt zwar nicht von den Kree, deswegen ist das hier in Anführungsstrichen, das ist ein Märchen. Das stammt also nicht von irgendwelchen klugen, alten, weisen Männern. Aber es stimmt trotzdem, ich zeige das nur für die Jüngeren, weil die Jüngeren den Aufkleber nicht kennen, die Älteren sind damit aufgewachsen. Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Und wenn Sie so wie ich in armen Ländern arbeiten und vielleicht manche von Ihnen auch schon mal in armen Ländern gearbeitet haben, dann wissen Sie, was das bedeutet. Alle anderen werden sagen so, hä, stimmt doch überhaupt nicht, mit Geld kann man immer was kaufen. Ja, dann waren Sie noch nicht in armen Ländern. Weil erstens haben Sie das Geld nicht, das ist das eine Problem. Und das zweite ist, es gibt die Produkte nicht. Kein Klopapier, haben Sie alle erlebt. Oh, auf einmal war kein Klopapier mehr da, weil alle das gehorchtet haben. Und das ist natürlich nur ein Witz, weil jeder hätte unter die Dusche gehen können und hätte dann das, was im Klopapier beseitigt wird, abspülen können, weil immer noch warmes Wasser aus der Leitung gekommen ist. Aber wenn die Stoffkreisläufe, die biologischen zusammenbrechen, dann brauchen Sie sich über die Finanzkreisläufe keine Gedanken mehr machen. Das ist nicht möglich. Damit sind wir bei den Fragen angekommen. Ich wiederhole die Fragen dann nochmal, damit die alle hören können. Was soll man tun, wenn man selber irgendwas macht, also eine Lebensumstellung oder irgendeine Umstellung macht, die in Einklang mit den Messungen steht, aber die anderen das nicht machen. Dann kannst du nur darauf hoffen, wie bei deinen Kindern, dass sie dich als Vorbild nehmen. Und wenn die anderen halt keinen Bock haben, dich als Vorbild zu nehmen, dann halt nicht. Dann muss man halt der Sache ins Auge sehen. Ich meine, ich habe das jetzt an vielen Grafiken gezeigt, die könnt ihr euch auch nochmal angucken. Wir stellen das Video nochmal bei YouTube rein und die Quellen selber angucken oder die Berichte, die ich genannt habe, runterladen, dann halt nicht. Dann gibt es halt bald keine Menschen mehr. Zumindest nicht die Menschen schon, aber nicht die Kulturen, die wir kennen. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert. Also gerade durch Klimaeinwirkungen, da gibt es sehr viel Literatur zu, durch Umwelt- und Klimaeinwirkungen, sind früher, als es noch viel weniger Menschen gab. Ihr könnt ja mal gucken, wie stark die Menschheit zugenommen hat in den letzten zwei Jahren. Zwei Jahren. Aber es gibt sehr viele Berichte darüber, über so rätselhaft ausgestorbene Kulturen, Kriege und so weiter. Und man kann so als Grundbewegung, kann man sagen, alle geostrategischen Kriege und alle Kriege sind geostrategisch, es gibt keine anderen. Und alle Kulturzusammenbrüche und so weiter sind zu einem großen Teil Wetter und Klima beeinflusst. Wenn wir jetzt nur mal das als zusammenbindendes Element nehmen und nicht die ganzen Einzelheiten, die ich gezeigt habe. Das heißt, wenn keiner mitmacht, dann halt nicht. Das ist wie, weiß ich nicht, wie wenn du, keine Ahnung, du sitzt auf dem Schiff und wenn keiner mehr Bock hat, auf dem Schiff zu arbeiten, dann wird es halt irgendwo hinfahren oder untergehen oder du hast Glück, du kannst noch aussteigen. Aber wenn keiner mitmacht, dann halt nicht. Das heißt, die Firmen hier aber die leisten in dem Moment, das vermitteln, ob sie sagen, die wir können jetzt holen oder nicht, wie es deinem Schiff ist. Ja genau, also meine, genau, ich möchte nur, dass hinterher keiner heult und sagt, das wussten wir nicht. Der erste Bericht ist rausgekommen 1970. Alle, die in meinem Alter sind, kannten ihn auch. Das war eines der meistverkäuften Bücher in Deutschland. Das war der Bericht des Club of Rome. Da stand das alles schon drin. Ich habe in meinem ersten Buch, was ich geschrieben habe, in den 1990er Jahren, habe ich auch schon ganz selbstverständlich, steht das da drin mit der Klimaerwärmung und so. Ich war da wirklich noch ein kleiner Mensch mit Wettgelscheitel und Karohemd. Und jeder ist damit aufgewachsen. Seit 1970 ist alles das, was ich hier erzähle, in Menschen, die Zugang zu Bildung hatten oder und zum Fernsehen hatten, das hatten ja natürlich auch nicht alle Leute, ist das bekannt in Industrieländern. Und viele haben sich entschieden, dass es ihnen egal ist. Besonders das letzte Bild, was ich gezeigt habe, was den Verbrauch angeht. Das war auch schon in den 1970er Jahren bekannt. Dass wenn ich lauter Produkte herstelle, die überhaupt nicht recycelbar sind, also zum Beispiel Glas, ist auch nur so Mittelgut. Glasherstellung ist super aufwendig. Jeder ist damit aufgewachsen, sagt, ja Glasrecycling, das ist doch eine feine Sache. Ist es auch. Aber es ist trotzdem super energieaufwendig. Plastik-Recycling sieht man ja jetzt, ist eh alles nur totaler Fake. Da steht dann immer drauf, mit recycelten Anteilen von Plastik. Ja, wo kommt das her? Ist das überhaupt wirklich recycelt? Oder sind das nur die Abfälle aus der Herstellung, was in den meisten Fällen ja der Fall ist und so weiter. Also ich meine, es tut sich was. Also es ist jetzt nicht so, zum Beispiel Solarenergie, das habt ihr alle erlebt, boomt ja wie verrückt und wird auch super billig. Klar, aber, und Windenergie auch und Atomenergie eben nicht. Aber der große Wille des Einzelnen, der wird hier entscheidend sein, weil wir nur noch so wenig Zeit haben. Nochmal, das 1,5 Grad Ziel ist over. Also, und ich habe die Bilder ganz am Anfang gezeigt. Und ich meine, die Waldbrände hat jeder gesehen. Da braucht man mir nicht glauben oder eine Studie lesen. Also deswegen, ich mache das einfach nur, weil ich nicht leiden kann, dass Leute hinterher sagen, das will ich nicht, aber nicht. Und das war es. Aber ich nehme in Kauf, dass das halt komplett gegen die Wand fährt. Und ich bin auch nur, noch nicht mal das Sandkorn bei der Kuh. Ich bin noch weniger, ich bin das Staubkorn, was man überhaupt nicht sehen kann. Gibt es denn etwas, was Ihnen Hoffnung und Mut macht, dass sich das ganze Thema nicht vor die Inselwand setzt? Also Hoffnung und Mut macht nicht nur mir, sondern auch anderen. Tatsächlich, dass die außerdem auf politische Außenwirkung und auf Reichtum bedachten Beschlüssen, von denen wir jetzt hier in dem vorigen Vortrag und hier geredet haben, ist ja auch verständlich, dass tatsächlich durch eine, sagen wir mal, netzartige, wie in der Biologie, so eine netzartige, von mir aus auch Steuerung, das Ganze sich in die Richtung verbessert, dass zum Beispiel Menschen sagen, okay, ich habe es jetzt verstanden, ich verwende jetzt keine Tierprodukte mehr. Ich meine, wie viele Studien muss ich noch dazu lesen? Ich mache es jetzt einfach. Und dann, wie ich schon geschildert habe, dann werden natürlich die Umsätze und die Gewinne und alles, habe ich ja schon mehrfach gesagt, Marge und alles andere, werden natürlich dann mit etwas anderem erzielt, weil das ist überhaupt nicht das Problem. Also deswegen verstehe ich auch dieses angebliche Verzicht-Ding nicht, wo die Leute immer sagen, ich möchte nicht auf das und das verzichten. Und dann so, ich verstehe jetzt nicht genau, was du meinst. Weil, was genau wird dir jetzt weggenommen, außer, dass es ungesund ist und die Erde zerstört? Also, wenn du das jetzt als Wegnehmen empfindest, dann würde ich sagen, schönen Tag noch. Dann würde ich jetzt gerne was anderes machen. Dann würde ich jetzt gerne ein Buch lesen oder, weiß ich nicht, duschen oder irgendwas. Also irgendwas, was was bringt. Weil einfach leugnen und verneinen bringt halt nichts. Und die Hoffnung, ob ich die habe oder nicht, sagen wir mal so, man sieht es halt, biologische Systeme können das, aber im Moment sieht es nicht so aus, als ob Menschen das können. Also es gibt keine Messungen dazu. Aber hoffen kann man das natürlich. Also ernst gemeint jetzt. Ja, klar, klar. Ah ja, stimmt. Gut, dass du das sagst. Genau. Also als Nachhaltigkeitsbeauftragte, die ihr seid, ist klar. Könnt ihr, habt ihr natürlich manchmal die Möglichkeit, zum Beispiel in der Mensa dann mehr Gerichte pflanzlich und zwar dann auch komplett pflanzlich, nicht nur so vegetarisch, sondern also echt pflanzlich anzubieten oder den Betrieb auf Ökostrom umzustellen. Klar, das geht auf jeden Fall. Da ist es allerdings so, dass auch bei sehr, sehr großen Firmen, ich meine, ihr seid jetzt ja schon eine sehr, sehr große Finanzgruppe, für meine Verhältnisse zumindest. Ich weiß nicht, wie das weltweit jetzt ist, aber ich sehe, dass auch bei sehr, sehr großen Firmen, also die weltweit auch groß sind. Und da ist es halt häufig noch so, dass die jüngeren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, also jünger würde ich jetzt mal sagen, so vielleicht unter 45, würde ich ja mal so ungefähr die Grenze meiner Erfahrung nach ziehen. Die sind dann auch eigentlich sofort bereit, aber leider ist es halt so, dass sehr viele Leute halt über 45 sind und dann eher auf diese Ethikregeln, Verlautbarungen, Pressemitteilungen, ein bisschen Zuckerstreusel drauf machen gehen. Also da rede ich jetzt nur von meiner Erfahrung. Du hast völlig recht, wenn ihr das durchsetzen könnt in der Firma, wenn sie willens ist, ist es kein Problem. Aber eine Sache, die ich oft höre, nachdem ich noch viel krasser als das, was ich euch hier gezeigt habe, ich habe ja hier überhaupt nichts Krasses gezeigt, aber normalerweise, wenn ich die ganz krassen Sachen, wo wir auch mit den Naturzerstörungen, die in den letzten, sagen wir mal, zweieinhalb Jahren passiert sind, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die New Yorker U-Bahn ist voll gelaufen. Einfach so mal eben. So, what? Hat er das gerade gesagt? Und da zeige ich dann halt manchmal die Videos. Und da ist es tatsächlich so, dass dann wirklich alle rausgehen und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Älteren einfach darauf pokern, dass sie das, dass sie nicht mehr betrifft. Das ist mittlerweile mein Eindruck aus den letzten Jahren. Die geben das natürlich nicht zu, aber ich kann mir das nicht anders erklären. Ich kann es mir nicht anders erklären, dass in den sehr großen Firmen die Älteren einfach sagen, prima, machen Sie das mal. Das machen Sie jetzt mal. Kümmern Sie sich mal darum. Und dann passiert aber sehr, sehr wenig im Angesicht dessen, wie wenig Zeit wir noch haben. Die jüngste Schätzung zum Beispiel, wie viele Ernten wir noch haben, ob das stimmt oder nicht, ich bin auch kein Hellseher, ich rede jetzt nur von Messdaten, ist, dass wir noch 20 bis 30 Ernten haben. So. Und ich meine, da ist natürlich die Frage, warum kann ein Betrieb, der eine sehr, sehr, sehr große, der die Möglichkeit hat und auch genügend Finanzkraft hätte und dabei jetzt nicht in den finanziellen Abgrund stürzt, überhaupt nicht, sondern der nur noch das letzte Tausendstel von der Marge da verbessern will. Gut, bei Sparkassen ist das noch ein bisschen anders, aber bei den ganz freien Betrieben. Warum machen die das nicht? Und da habe ich keine Erklärung für, außer dass es den Älteren wirklich von Herzen scheißegal ist. Die wollen sauber aus dem Leben gehen, die wollen sagen, ich habe meine letzten Berufsjahre, habe ich mich darum gekümmert. Da durfte die Nachhaltigkeitsbeauftragte, die durfte auch zwei Gerichte auf Vegan umstellen und so. Das durfte die alles, aber in Wirklichkeit scheffle ich mal weiter so viel Kohle, dass da noch zehn Generationen meiner Nachkommen nicht wissen, wie sie das ausgeben sollen. Und das sage ich wirklich aus der direkten Beobachtung. Weil ich sehe es sowohl im Europaparlament, ich sehe es bei sehr großen Firmen, für die ich manchmal so Beratungen oder mache, aber mit Leuten wie euch, also mit den Nachhaltigkeitsleuten. Und dann, was dann umgesetzt wird. Und das stimmt, ihr habt es in der Hand, aber ob ihr das mit der notwendigen, von den Zahlen her, notwendigen Geschwindigkeit durchsetzt, das liegt natürlich dann doch wieder an jedem Einzelnen von euch. Aber du hast schon recht, also die Vorbildwirkung alleine ist in der großen Firma natürlich nur ein kleines Element, weil dann kann man sagen, ach, das ist die für die Nachhaltigkeit, kannst du mal zu der gehen, die kennt sich da irgendwie mit aus. Die war da mal, so einen Tag lang war die da mal in Bonn, kannst du die mal fragen. Aber wir brauchen ganz durchgreifende Handlungen, die, soweit ich das als totaler Laie beurteilen kann, überhaupt keine finanziellen Probleme erzeugen. Also die Firmen, die die ganzen Firmen herstellen, also für uns jetzt Oatly, Rügenwald und so weiter, also die großen bekannten Firmen, die breiten sich ja aus wie verrückt. Uni Stuttgart, da hat eine Uni auch schon umgestellt auf pflanzliche Ernährung, überhaupt kein Problem. Eine große Firma hat jetzt auch beschlossen, gestern, dass sie die, also Burger King, dass sie die pflanzlichen Burger billiger verkaufen als die anderen Burger. So was brauchst du, weil dann erledigst du das sofort. Das kannst du dir vorstellen. Wenn der Gieranreiz, das Sparen und das mehr Geld haben und so weiter, wenn du das ankitzelst, dann geht das blitzschnell. Also du hast recht, ja. Also Rügenweiler stellt ja auch um, weil sie mehr Geld haben. Genau. Genau dieses Ungehe erzielt. Ja. Die schaffen genau das, was sie machen wollen. Aber dann hast du zufälligerweise passt das dann ja auch gerade etwas in der Diskussion rein. Genau. Also ich finde zum Beispiel, Rügenweiler hat von der ersten Minute an kommuniziert, dass sie das einfach so machen, wie das Publikum das möchte. Die stellen das her, was das Publikum möchte. Habe ich absoluten Respekt vor. Gibt es nichts zu meckern. Weil die sagen halt, also jetzt mal überspitzt gesagt, wir wollen hier unsere, nennen wir es mal jetzt, Gewinne steigern oder unseren Betrieb, unsere Arbeitsplätze halten. Okay. Kann ich echt mitleben. Weil das ist wenigstens aufrecht. Und die sind ja dann durchaus auch in der Lage, auf einen größeren Stil auf den Markt was zu wirken. Natürlich mögen die kleinen veganen Betriebe, mögen die natürlich nicht, weil die sagen, die rollen das jetzt von hinten auf. Aber davon reden wir jetzt ja gerade nicht. Oder Oatly hat das auch sehr clever gemacht. Die haben von der ersten Minute an, haben die überall riesige Plakate aufgehangen und gesagt, show me your numbers. Und dann, die drucken immer den CO2-Footprint drauf. Ja, und die anderen Firmen trauen sich nicht. Das ist dasselbe wie mit dieser absolut katastrophalen Folterhaltung bei diesem angeblichen Bio und diesem Käfighaltungsding. Da sieht man schon, wenn man die Prospekte durchguckt, also auf Papier, weil die bei uns manchmal noch im Treppenhaus liegen, das wird halt einfach nirgendwo angegeben. Wenn aber eine Pflicht bestehen würde, überall anzugeben, wie die Tierhaltung stattgefunden hat, dieses lächerliche Tierwohl-Label, was ein Tierfolter-Label ist und nichts anderes, gemessen, keine Meinungsäußerung. Dann würden die Leute natürlich auch sagen, da stehe ich bei meinen Kindern jetzt blöd da, komm, dann nehme ich lieber das mit dem besseren Dings. Und der Umsatz würde sich dadurch, ja dann, dadurch, dass die Leute mehr kaufen, wie du schon sagst, würde sich ja dann auch in eine vernünftige Richtung verschieben. Klar ist das billiger, die totgefolterten Tiere zu Wurst und zu Schinken und zu Lächeln-Mortadella zu verarbeiten, im ersten Moment. Aber wenn die Leute das dann aus sozialen Gründen nicht möchten, dann verschiebt sich der Umsatz halt in eine andere Richtung. Und hehre Ziele braucht keiner zu haben, interessiert mich überhaupt nicht. Wer gut, böse, ethisch oder unethisch ist, ist mir vollkommen egal. Mir wäre es ganz recht, wenn wir noch was zu essen hätten in Zukunft. Jetzt hatten Sie da in dem Zusammenhang gerade einen Nebensatz gesagt, wir haben noch 20 bis 30 Ernten. Wie meinen Sie das? Also ausgerechnet ist jetzt, das muss man natürlich mit großer Vorsicht genießen, wir haben ja gesehen, jetzt hat es super geregnet, damit hat auch keiner gerechnet, dass es jetzt so regnet, dass die Grundwasserspeicher wieder halbwegs in Ordnung sind, dass man ungefähr noch 20 bis 30 Jahre lang Nahrungsmittel für die bald 11 Milliarden Menschen erzeugen kann. Und zwar natürlich jetzt qualitative Nahrungsmittel. Es gibt natürlich auch in Science-Fiction-Literatur, ist das schon lange vorweggenommen, zum Beispiel zuletzt sehr gut bei Blade Runner und bei so einem Film, wo so Aliens immer Kühe klauen. Nope, nope. Und bei Interstellar. Das bezieht sich auf diese riesigen Vertrocknungen der Felder, die in den USA stattgefunden haben. Das waren riesige, riesige Staubvertrocknungen. Und da konnte man natürlich überhaupt nichts mehr erwirtschaften. Und da ist man natürlich dann hingegangen, das hat vielleicht auch was teilweise mit der Ernährung in den USA zu tun. Also hier ist ein Originalfoto. Da ging natürlich überhaupt nichts mehr. Und ist dann hingegangen und hat gesagt, na gut, dann müssen wir halt das Mindestmögliche noch anpflanzen. Das höre ich auch heute noch häufig, dass die Leute sagen, Marc, okay, pass auf. Die hier, das sind alles Originalfotos. Viel Spaß beim Anpassen. Möchte ich sehen, wie die Leute sich da anpassen. Das war 1934 bis 1939 ungefähr in dieser Zeit. Das kann natürlich auch Nässe sein. Das kann auch irgendwas anderes sein. Also was genau das ist oder Zusammenbruch der biologischen Netzwerke oder so. Aber irgendwann gibt der Erdboden das halt nicht mehr her. Und da kann man Kunstjünger draufkippen, so viel man will. Und die, sagen wir mal, die Vereinfachung der Nahrung, also das findet ja heute schon statt, dass man sagt, okay, Ziegen, Schafe, Rinder, jetzt neuerdings auch Tintenfische, Wahnsinn, Wahnsinn, unfassbar. Oder eventuell Insekten, obwohl das Thema jetzt wahrscheinlich schon durch ist. Aber wie will man sich denn ausgewogen dann noch ernähren? Dann gibt es vielleicht noch Mais und Weizen oder so, vielleicht. Also, aber das ist im Moment der Stand der Dinge. Aber das ist natürlich nur jetzt aus den bisherigen Messungen abgeleitet. Wenn zum Beispiel ein starker Vulkanausbruch stattfindet, wie im Jahr ohne Sommer, wo Frankenstein und Dracula und so weiter herstammen, diese Geschichten. die Mary Shelley und so weiter laut Byron zugeschrieben haben oder zugeschrieben sind, da war das ja so, dass dann nur noch die Reichen was zu essen hatten. Da sind dann einfach alle Armen gestorben. Und die Prognose ist ja jetzt von UN und allen beteiligten Organisationen, dass einfach hunderte von Millionen Menschen sowieso sterben werden durch schlechte Ernährung und dann krankheitsbedingt. Also gar nicht mal, weil die nichts zu essen haben, sondern weil die Nahrungsmittelqualität so schlecht ist. Und weil die dann halt, dann bereiten sich dann lokale Seuchen aus der Cholera, dies und das und so. Also das ist sowieso sozusagen der Stand der Dinge. Deswegen bin ich da nicht ganz so. Also ob es jetzt wirklich die direkten Ernteausfälle sind oder die Qualität der Nahrung, die zum Beispiel die Planetary Health Alliance sehr stark beschäftigt, da bin ich auch dabei, die beschäftigen sich mit der Nahrungsmittelqualität und dem Zugang zum Gesundheitswesen und so weiter in armen Ländern. Von welcher Ecke das jetzt kommt, wird man sehen oder vielleicht doch noch irgendeine Seuche, die durch eine Zusammenstellung von Viren oder sowas stattfindet. Das kann natürlich keiner sagen. Aber aus dem landwirtschaftlichen Bereich kann man sagen, die Böden sind jetzt in einem Zustand, der einfach nicht mehr viel hergibt. Deswegen habe ich das vorhin immer so betont mit dem. Es geht wirklich ums Essen. Nicht nur darum, Wale lieb zu haben oder sowas. Obwohl ich Wale lieb habe. Das ist eine gute Gelegenheit, nochmal ein Bild vom Putenstreichlein zu zeigen. Eine zahme Pute. Dankeschön.